Der kleine Rat des Telestammtischs begrüßt euch zur Besprechung der ersten Folge House of the Dragon hier am glänzend geschliffenen, aufwendig dekorierten Tisch. Bei mir ist zum einen mein Mitmoderator, der Mann mit den dutzenden Recap-Projekten, der mir auch bereits bei unserem Ersteindruck hilfreich zur Seite stand. Dom, hallo! Ja, egal was hier ist, ich bemeister der Flüsterer. Hi! Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute unterstützen wird. Sie ist auch schon längere Zeit beim Telestammtisch dabei. Außerdem spricht sie auch abseits dessen ganz viel über zum Beispiel Star Trek und Jane Austen. Eine Serie jedoch hat sie noch nicht gesehen und das ist Game of Thrones, weshalb ich umso gespannter bin, heute ihre Meinung hier mitzuhören. Hallo, Britt-Marie! Hallo! Ich bin heute als Newbie dabei. Mein Name ist Paul und ich werde hier ein bisschen durch das Recap führen. Da sind wir auch gleich beim Stichwort. Das hier ist ein Recap. Hier werden wir Details und Entwicklungen vorwegnehmen. Wir werden über einzelne Szenen und Figuren sprechen. Deshalb besser erst anhören, wenn ihr die erste Folge schon gesehen habt. Diejenigen, die sich jetzt noch so ein bisschen unsicher sind, ob sie denn überhaupt zu House of the Dragon einschalten sollten, denen empfehle ich unseren ersten spoilerfreien Eindruck im Podcast oder auch im YouTube-Feed des Telestammtischs. Ja, wer den gehört hat, der weiß auch schon so ein bisschen, wie Dom und ich zur Mutterserie stehen. Jetzt aber nochmal die Frage an Britt-Marie. Wie hast du sie denn, auch wenn du sie nicht gesehen hast oder nur einen Teil der ersten Folge mal gesehen hast, mitbekommen? Beziehungsweise gibt es irgendwas Ausschlaggebendes, wieso du jetzt hier mit House of the Dragon einsteigst? Ich habe Game of Thrones, wie du schon gesagt hast, mehrfach angefangen. Es waren ja jetzt genug Staffeln und es hieß immer so toll und super und alle um mich rum haben geschwärmt. Und ich habe es mehrfach versucht zu starten und ich war mehrfach so gelangweilt, spätestens nach der Hälfte der ersten Folge, dass ich gesagt habe, es geht nicht. Bei aller Liebe. Und dann kam immer die Aussage, ja, aber ab der zweiten Staffel wird es gut. Ja, aber bis zur zweiten Staffel sind es mindestens zehn Folgen, die ich gucken muss. Naja, und deswegen, man kommt natürlich nicht drum rum, ein bisschen was automatisch mitzubekommen von der Serie, auch wenn man eigentlich nichts mitkriegen möchte. Also ich meine, Winter is coming. Selbst mir ist das ein Begriff, wobei ich null Ahnung habe, wer, was oder wie Winter eigentlich ist. Es gibt ein Haus, glaube ich, das so heißt. Keine Ahnung. Egal, so. Das ist das eine. Also das war immer nur so Schlagworte, kriegt man mit und das eine oder andere natürlich, klar. Aber so grundsätzlich habe ich halt echt keine Ahnung. Ich weiß, ich kann es eigentlich schnell zusammenfassen. Es geht um den Kampf, um den Thron und es gibt verschiedene Häuser, die darum kämpfen und sich gegenseitig manipulieren. Und Winter is coming. Und zwar, mehr weiß ich nicht. Ja, gar nicht so übel. Und Drachen kommen drinnen vor. Ja, die hast du vergessen, also wirklich. Richtig. Und jetzt hieß es, es gibt eine Prequel-Serie und dann dachte ich mir, okay, wie sinnvoll ist es, sich die anzuschauen. Auf der anderen Seite habe ich es ein bisschen immer bereut, dass alle um mich herum so geschwärmt haben von Game of Thrones und ich immer nie so richtig mitreden konnte. Und weil ich gerne mitreden wollte, habe ich gedacht, ich gucke mir jetzt einfach House of the Dragon mal an und schaue, ob ich einen Einstieg finden kann, ohne dass ich Game of Thrones wirklich kenne. Und mal von der Seite rangehen. Das ist schon ungewöhnlich, weil meistens kenne ich doch das meiste. Und ja, den Eindruck, den ich dann jetzt bekommen habe und ob ich denn weiterschauen werde oder nicht, das werden wir dann gleich besprechen. Oh, okay. Ja, sehr spannend. Jetzt lustigerweise, wo du das gerade gesagt hast, ich habe bei Game of Thrones auch nicht in der ersten Staffel angefangen. Ich glaube, ich habe irgendwo in der Mitte von Staffel 4 angefangen, also weil sie halt damals, glaube ich, einfach ausgestrahlt wurden. Und dann bin ich in Staffel 4 hängen geblieben und habe mir dann erst der ersten Staffel alles angeschaut. Aber da war sie schon gut, oder? Also in Staffel 4 war sie doch schon. In Staffel 4 war sie auf ihrem Höhepunkt. Ja, da hast du wirklich auf dem Peak angefangen. Die vierte Staffel ist und bleibt die beste der gesamten Serie. Gut, ja, an dieser Stelle sei vielleicht noch kurz gesagt, wer Game of Thrones nicht gesehen hat, es könnte sein, dass hier der ein oder andere Spoiler in unserer Besprechung zu dieser Serie vorkommt. Ja, also wir werden uns vielleicht dahingehend zurückhalten, aber bestimmt hin und wieder kommt so ein Verweis. Und das war doch vielleicht wie da oder das erinnert an das und so weiter. Ja, jetzt steigen wir, würde ich sagen, in die Folge ein. Ich habe sie mir so im Kopf in so vier größere Abschnitte geteilt, damit das Ganze hier auch nicht zu lang wird. Wir werden dennoch weitestgehend chronologisch durchgehen und wo besser anfangen als beim Cold Opener. Wir beginnen in Harrenhall. Ein Ort, den wir auch schon aus der Mutterserie quasi kennen, wo eine Versammlung mit über tausenden Lords stattfindet und wo der Grundstein für diese Serie oder für diese Staffel House of the Dragons gelegt wird. Wie war es für euch? Das Zurückkommen, Dom, beziehungsweise das auch völlig neue Eintauchen in diese Welt. Drittmarie, Dom, fang doch mal an. Ach Gott, immer ich. Ja, also den Anstieg fand ich tatsächlich sehr atmosphärisch. Also es ist ja auch, muss man ja dazu sagen, es ist ja auch Ramin Djawadi als Komponist der Musik geblieben. Und das hört man auch am Anfang sehr deutlich raus. Da haben wir das Targaryen-Thema. Generell sehr atmosphärisch, die ganze Szene. Und ich finde es halt auch mal toll, diesen riesigen Saal von Harrenhall, wo ja förmlich gefühlt eine Armee reinpasst, auch mal halt in seiner Blütezeit zu sehen und nicht als verbrannte Ruine, wo eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen ist. Und diese Halle ist halt wirklich riesig. Also in der Hauptserie wird einmal erwähnt, dass die große Halle 35 Feuerstellen hatte, beispielsweise. Also sie wird zwar die Halle der 100 Kamine genannt, aber das ist ja eigentlich nur Blendwerk. Das sind zwar nur 35, aber es ist trotzdem beeindruckend. Und ja, ich war direkt drin. Was so von der Narration ein bisschen ungewöhnlich war, dass wir hier einen Off-Kommentar hatten von, ich denke mal, Rhaenyra Targaryen. Was so Off-Kommentare sind, weiß ich nicht. Also in der Mutterserie könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass sowas mal irgendwie eingeleitet wurde. Oder eine Szene damit irgendwie eingeleitet wurde. Aber dass das hier so ein bisschen holprig am Anfang wirkt, da kommen wir gleich vielleicht nochmal genauer drauf zu sprechen. Das tatsächlich auch. Es hat eigentlich alles gepasst vom Bild, von der Stimmung her, von dem Bild. Ich hatte so das Gefühl, man will auch die Zuschauer in die Game of Thrones gesehen haben, irgendwie dort abholen. Nämlich wieder in einem großen Saal, wo sich viele versammeln. Aber das Voice-Over war tatsächlich auch das Erste, was mich so kurz irritiert hat. Britt-Marie, wie war dein Einstieg in diese erste Szene der Serie? Ich brauchte das Voice-Over. Es hätte für mich absolut null Sinn ergeben ohne das Voice-Over. Deswegen, ich denke, das war hauptsächlich für Leute gedacht, die eben neu einsteigen. Oder zumindest nur so rudimentäre Kenntnisse haben. Es war sehr viel erklärt gleich am Anfang durch das Voice-Over. Ich bin eigentlich eher ein Fan davon, mir Sachen zu erschließen durch viel Kommentar. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, man wird ja direkt in eine Handlung reingeschmissen, die offensichtlich schon bekannt ist. Zumindest aus Geschichten, die in Game of Thrones wohl erzählt worden sind. Und deswegen war das für mich tatsächlich was, was ich gebraucht habe. Und das war ja auch wirklich nur der Anfang. Das ist ja dann am Ende, was heißt am Ende, das ist ja dann gleich nach der Szene auch wieder abgestellt worden. Aber es funktionierte für mich. Also es war alles okay. Ich war jetzt weder massiv beeindruckt noch massiv enttäuscht oder so. Es war halt ein Thronraum und eine Familie und ein Königsstreit und ein Thronstreit. Also es war jetzt nicht so, ja. Und einer der wenigen Könige, der ziemlich alt geworden ist und tatsächlich eines natürlichen Todes starb wenig später. Genau, Jehres, Targaryen, glaube ich. Also mit Ä und R haben wir ja schon, ist man gut bedient bei den Targaryens. Ja. Mir kam dann halt sofort so die Prolog-Szene oder die allererste Szene von Game of Thrones in Erinnerung, die ja auf eine ganz, also die eine ganz andere Art und Weise hatte, erst mal in die Serie einzuleiten, indem man wirklich schon diese Bedrohung und dieses Mystische im Norden da bekommen hat. Das ist ja hier anders, weil wir bekommen erst mal so den Start, wirklich ein essentieller Grundstein für diese Serie, eben diese Auswahl quasi von Viserys, dass er der neue König werden soll. Und an diese Szene, wo dieses Voice-Over schon ja so drüber gleitet, schließt sich auch etwas an, was wir so bei Game of Thrones meines Erachtens nicht hatten. Oder Dom? Nämlich eine Texttafel. Ja, ich kam mir vor wie in einem Biopic oder einer Doku. Also das war endgültig halt, also da merkt man halt, dass das Narrativ einfach nicht so wirklich, ja, konsequent ist. Also das wirkt hier unentschlossen, wie man das jetzt erzählerisch aufzieht. Das ist natürlich auch nicht einfach, diese soziologische Perspektive der alten Serie einzunehmen sofort. Das tut sie dann ja später hier, die Folge, aber ja, das war halt so, war okay. Aber ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Freund von Texttafeln, die man zu fressen bekommt am Ende von irgendwelchen Biopics. Und hier wurde dann ja auch so hervorgehoben, oh, 172 Jahre vor Daenerys Targaryens Geburt, ne? Ja, ich glaube, das war auch wirklich was, um die Zuschauer in der Serie abzuholen. Weil, also ich weiß nicht, als jemand, der jetzt Geburt von uns vorher nicht gesehen hat, für den ist das halt so eine Info, aha. Die war für mich schon wichtig, denn das war tatsächlich meine erste Frage. Ich wurde dann, ich wurde mit einem Ruck in diese ganze Thron-Geschichte reingeschmissen, hatte tausend Namen, mit denen ich nichts anfangen konnte. War irgendwie, ist es eine Familie, sind es zwei Familien, wer ist dagegen wen, wer ist für wen? Das war alles sehr verwirrend tatsächlich am Anfang. Und dann war meine nächste Frage aber gleich, und wo sind wir jetzt? Also ich weiß, das ist, also nicht wo, aber wann, wann sind wir jetzt? Es ist, ich weiß, es ist eine Prequel-Serie, aber das kann ja alles sein. Es kann fünf Jahre vorher sein, es kann 500 Jahre vorher sein. Und diese Texttafel hat tatsächlich genau diese eine Frage, die ich hatte, direkt im Anschluss beantwortet. Das heißt, um das zeitlich einzuordnen und dem ganzen Kontext zu geben, dafür war ja sowohl der Off-Kommentar als auch diese Texttafel gedacht, dafür war das für mich am Anfang tatsächlich, der Null Ahnung hatte, wichtig. Und da hat mir auch zum Beispiel sehr gut gefallen, dass diese Worte von der Texttafel dann ja ausgeblendet worden sind. Es wurde ja dann schwarz und dann blieben nur noch vereinzelte Schriftzeilen übrig, die dann am Ende auch ausgeblendet wurden. Aber die letzten zwei Zeilen, die übrig blieben, war eben dieses 172 Jahre vor Prinzessin, helft mir jetzt, wie heißt die? Daenerys Targaryen. Danke, genau. Und also noch deutlicher hätte man es nicht machen können, wann vor wem. Wenn du jetzt den Kontext nicht hasst, wer diese Prinzessin ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Aber ich meine, wenn man weiß, man schaut sich eine Prequel-Serie an, dann muss man zumindest irgendeinen Anknüpfungspunkt haben. Und selbst als jemand, der Game of Thrones nicht kennt, ist es dann schon wichtig, dass man einen Ankerpunkt hat. Ja, eben. Und ich glaube auch, Entschuldigung, ich glaube auch, dass das eben für die Leute, die jetzt nicht so, also gut, wir stecken jetzt auch nicht super tief drin in der Serie, aber selbst für welche, die jetzt eben Game of Thrones so gesehen haben, weil sie die Serie cool fanden und so und jetzt halt wieder einschalten, ist das natürlich auch ein wichtiger Orientierungspunkt, da gebe ich dir recht, ja. Ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn du zeitlich springst, das irgendwie nur in Bildern zu erzählen. Ich glaube, deswegen haben wir das jetzt so gesehen. Ja, das ist aber generell auch ein ganz großes Problem der Hauptserie gewesen. Und unter dem Aspekt, also, weiß nicht, ob dir das jetzt so geläufig ist, Britt-Marie, aber der Clou an dieser ganzen Welt ist ja, dass die Jahreszeiten ganze Jahrzehnte umandauern können. Dass es also auch keinen Jahreszeitenwechsel gibt, den man irgendwie zeigen könnte, um zu illustrieren, oh, so und so viele Monate sind jetzt gerade vergangen. Na, das ist eine Schwierigkeit, die man auch, das ist eben, ja, das ist eben dem Worldbuilding geschuldet. Ich glaube, man kann das jetzt ja auch schon vorgreifen für die Folge oder vielleicht auch für das nächste sagen, diese Schwierigkeiten oder diese Unebenheiten, nenne ich es jetzt mal in der Narration, die verschwinden ja auch eigentlich nach dem Prolog, weil dann ist es eigentlich so, wie wir es von Game of Thrones in Anführungszeichen gewohnt sind. Dann übernimmt man eben die Handlung aus verschiedenen Blickwinkeln von Figuren. Was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, vielleicht bleibt es auch dabei, aber ich glaube es nicht, das Intro. Ich würde es nicht hoffen. Wir haben... Wir lassen mich raten. Genau. Wir haben kein Intro bekommen, das ist ja eines der ikonischsten Punkte bei Game of Thrones, wenn ich nur sage, wer überspringt das? Ich muss es zugeben, ich habe es auch schon mal übersprungen, weil es geht dann halt auch mit seiner Zeit, ne? Was zur Hölle? Aber es sah halt schon immer sehr schön aus. Ich kann nur jedem empfehlen, das Intro immer zu gucken, weil das auch als Orientierungshilfe gilt. Ja, natürlich, aber bei einem Rewatch gucke ich mir das ganze Intro nochmal an. Ach, ich kann es, das kann ich mir oft nicht oft genug ansehen, aber ja, so what? Kurze Frage, die Folge hat ja auch keinen Titel. Ach so, richtig, genau. Wie war das bei der Game of Thrones Serie, da hatten die Folgen Titel oder hatten die nur Nummern? Die hatten Titel, aber die wurden nicht eingeblendet. Okay, und ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ob das jetzt hier wie das Intro quasi was ist, was noch kommt, oder ob das tatsächlich titellos bleibt. Ja, das habe ich auch, aber wie gesagt, also ich glaube, ich glaube nicht, dass sie sich das nehmen lassen. Gut, ich meine, am Ende heißt das Ding so The Council oder sowas, ja? Nee, nee, nee. Nee, eben, das ist ja das Spannende. Wir haben noch, also es steht noch nirgends ein offizieller Titel. Wir nehmen das hier ein paar Tage früher schon auf, deswegen wissen wir ja auch noch nicht, wie der jetzt, der Titelausstrahlung in der IMDb und so weiter steht. Auch noch nichts in diversen Quellen im Internet, wie vertrauenswürdig sie auch sein mögen. Unter anderem aber auch im Song of Ice and Fire-Wiki, da findet man häufiger für diese Folge schon einen und denselben Titel. Und da ist, also auf Deutsch übersetzt würde ich sagen, die Erben des Drachen. Ja, Air of the Dragon. Und genau richtig. Und ja, also würde jetzt erst mal passen, ist natürlich die Frage, kann sich natürlich auch einer, also hätte man jetzt auch vielleicht gut raten können, weil die Trefferwahrscheinlichkeit ist recht hoch bei einer Serie, die House of the Dragon heißt. Aber ich finde diesen Titel erstmal doch, das könnte schon sein, zumal ja, wenn man sich das jetzt wieder rauspickt, die Erben, es geht ja hier um ganz verschiedene Erben. Jetzt haben wir ja hier im Prolog den ersten Erben vorgestellt bekommen, aber nachher in der Folge geht es ja auch noch um eine weitere Erbe. Darf ich auch mal kurz was sagen, etwas, was für euch vielleicht selbstverständlich ist, weil ihr das so hinnehmt. Und ja, ich nehme natürlich auch hin, dass es eine Fantasy-Welt ist, in der gibt es Drachen. Aber House of the Dragon, was für ein Drachen? Und warum nicht House of the Dragons? Und ja, also was, welcher Drache und warum? Also rein nur mal vom Titel her, wäre ja auch mal wichtig. Das war auch sowas, was ich mich dann gefragt habe, als ich dann so die Titel, den Titel las und ja, überhaupt und sowieso. Und dann natürlich jetzt auch im Anschluss gleich die nächste Szene sah. Ja gut, den einen, das ist natürlich interessant, also wir wissen ja, dass die meisten oder alle Häuser, die es in, oder nicht alle, fast alle Häuser, die es in Game of Thrones da, die in der Welt darum stümpern, die haben alle ein Tier immer als ihr Wappentier. Und von den Targaryens ist es eben der Drache, von den Starks ist es der Wolf, von der Lannister ist der Löwe und so weiter. Richtig, genau, der Hirsch von den Baratheons. Und ich glaube einfach, dass das so symbolhaft sagen soll, eben das Haus des Drachen. Ja, ja, und ich meine, das ist mir dann schon klar, dass das halt eine Zuordnung ist, aber es geht ja offensichtlich über das reine Wappentier hinaus, denn wir haben ja hier tatsächlich auch Drachen, die geritten werden, das haben wir ja dann jetzt, ich bin so frei und geh mal, wenn du jetzt nicht noch was hast, geh mal zur nächsten Szene, die nämlich genau dieser Drachenflug ist. Also wir steigen ja dann eben ein mit jemandem, mit einem Drachen, der auf die Hauptstätte, King's Landing, die Hauptstadt, danke, zufliegt und man hat so eine schöne Vogel- oder Drachenperspektive eben von oben, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich war positiv überrascht vom CGI, ich finde das immer sehr, sehr schwierig, gerade was so Drachen, Drachenflug und auch so, ja, Bird-Eye-View und sowas von oben angeht. Durch die Wolken. Aber das, genau, das fand ich, also es hat mir ganz gut gefallen und hier natürlich, selbst ich, der keine Ahnung hat von Game of Thrones, zumindest nicht so viel, hat die Musikanklänge an das original Game of Thrones Thema wiedererkannt, die hier angespielt worden sind in dem Drachenflug. Und ganz ehrlich, ich kenne das ja von anderen Serien, wie zum Beispiel Star Trek, ich bin ja ein sehr großer Star Trek-Fan und da läuft mir schon immer die Gänsehaut über den Rücken, wenn so diese alten Hauptthemen angespielt werden, die man so in- und auswendig kennt, weil man so viele Jahre lang das gesehen hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man dann als Game of Thrones-Fans, der Fan, der das liebt, dass es da eben auch so vielleicht heiß-kalt über den Rücken läuft und man denkt, ja. Äh, nennen wir es so. Ja, doch. Okay. Doch, also ich, ich war völlig drin, also das war ja auch, wobei ich da auch am überlegen war, aber das war ja dann eher bei der zweiten Folge, wo die Musik noch teilweise nicht fertig war, hier schon, das war, also das waren für mich auf jeden Fall sehr bekannte Sachen aus, insbesondere der, hier den siebten oder achten Staffel. Wenn ja eins, und da sind sich, glaube ich, alle Game of Thrones-Fans einig, wenn sie denn noch Fans nach der Staffel, nach der letzten Staffel eben sind, dass die Musik bis zum Ende hin grandios war. Ja, absolut. Und mit diesem Flug, äh, sieht man dann natürlich auch, also da landet dann unsere erste neue Hauptfigur quasi. Und wir bekommen eine Prinzessin Rhaenyra vorgestellt, die junge Prinzessin Rhaenyra, die da von ihrem Drachen auf, äh, absteigt und dann auch gleich auf eine weitere Figur trifft, die wir uns, äh, merken sollten. Und jetzt, wir nicht wundern, liebe ZuhörerInnen, wir bleiben jetzt erstmal bei den englischen Namen, weil wir jetzt auch die Screener nur in Englisch, beziehungsweise die Folgen nur in Englisch gesehen haben. Äh, und sie trifft noch auf Alicent, Alicent Hightower, also dann wahrscheinlich im, äh, im Deutschen dann Alicent Hohenturm. Mit den beiden bekommen wir ja auch gleich mal so, ja, zwei junge Frauen präsentiert, die ja auch eine ganz besondere Freundschaft irgendwie verbindet. Definitiv. Das wird, das wird ja auch relativ schnell etabliert, insbesondere in dieser Folge. Und, ja, so die Ereignisse, die das dann so lostritt hier, kann man sich dann denken, dass deren Freundschaft auf jeden Fall auf eine sehr harte Probe gestellt werden wird, ne? Wir sehen ja später auch noch eine, äh, Szene, Alicent ist ja so die große Vorleserin, die irgendwie immer mal ein Buch dabei hat und unter anderem auch Rhaenyra später aus einem Buch über. Ich hatte so ein Gefühl, sie liest ihr auch so über starke Frauen, über starke Frauen aus der Geschichte von Westeros vor. Wir schwenken jedenfalls um, nämlich direkt in die Hauptstadt zum, ja, natürlich. Darf ich was fragen kurz? Weil da habe ich eine grundsätzliche Frage, es wurde später dann ein bisschen aufgelöst, aber vielleicht habe ich was übersehen. Und zwar, Rhaenyra ist ja die Tochter von König, ähm, Viserys, richtig. Und der hat ja damals bei dieser ersten Szene, die wir gesehen haben, bei dem Council, ist ihm ja, ähm, also das Erbe sozusagen oder die Thronfolge zugesprochen worden. Richtig, genau. Als das passierte, stand neben ihm seine Frau und sie war schwanger. Ja. Und jetzt ist Rhaenyra 15, vielleicht 14, also 14, 15, später wird gesagt, sie ist 15. Und in der Texttafel hieß es aber, Neun Jahre später. Dass Viserys neun Jahre lang regiert. Achso, in der Regentschaft, ja. In der Regentschaft ist, ja. Jetzt bin ich verwirrt. Also, ja, also dann muss ja, also das heißt, diese vier Jahre, Jahre, die mir dann da, oder diese fünf Jahre, äh, eigentlich sind ja sechs Jahre, also die sechs Jahre, schön, dass man rechnen kann, die sechs Jahre, die mir da fehlen, äh, sind dann die sechs Jahre, die dann der alte König noch gelebt hat oder was. Also das ergab für mich keinen Sinn inhaltlich, weil ich hatte gedacht, äh, übernimmt die Thronfolge direkt nach der Wahl vom Rat, dann müsste sie neun sein und nicht 15. Nee, das ist tatsächlich, das hätte die Serie vielleicht auch ein bisschen noch, äh, klarer ausformulieren sollen, das ist tatsächlich so, dass, äh, König, äh, Harris, äh, schon relativ früh über diesen Rat einen, einen, äh, Thronerben bestimmt hat. Und der ist dann später in sehr greisem Alter, was ja ungewöhnlich ist für diese Welt und erst recht für diese Familie, äh, im, im Bett gestorben. Ich glaube, sogar Alicent Hightower hat ihm dann, äh, ich glaube, die hat dem schon Geschichten vorgelesen und der ist, ja, und, und der ist dabei im Bett gestorben. Und, äh, also man, man kann es tatsächlich dann auch festmachen an den, an den, an den Geburts- und Todesdaten. Dazu muss man jetzt sagen, also die Targaryen, die haben ja Westeros erobert mit ihren Drachen, deshalb sind sie auch das Königsgeschlecht, weil sie Drachen hatten. Und die Zeitrechnung in Westeros ist immer vor Aegons Eroberung, also Aegon ist, Aegon Targaryen ist der, der mit seinen beiden Schwestern Westeros erobert hat. Die Zeitrechnung ist immer vor oder nach Aegons Eroberung und ihr Heeres, äh, Targaryen I. hat bis ins Jahr 103 nach Aegons Eroberung, äh, geherrscht. Er hat von genau 48 bis 103 nach Aegons Eroberung geherrscht und das war auch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit des Friedens tatsächlich. Und er war auch ein sehr weiser und, und besonnener König und er hat relativ früh schon einen Erben bestimmt, obwohl er 13 Kinder hatte. Okay, weil das ist mir tatsächlich gleich aufgefallen, das ging in meinem Kopf nicht zusammen, weil sie war viel älter, als sie hätte sein müssen, aber, ähm, okay. Also vielleicht ging's ja nur mir so, keine Ahnung. Sie hätten das, sie hätten, glaub ich, äh, irgendwie in der Textnahme noch erwähnen müssen, wann der gestorben ist. Ja, oder man will sich wahrscheinlich auch nicht in Kennen binden. Das ist wahrscheinlich am besten so vage bleiben wie möglich, dann ist alles irgendwie möglich. Aber grundsätzlich, äh, ja, okay, gut. Dann ist mir natürlich noch aufgefallen, was natürlich ihr euch, für euch auch alle, ähm, super, äh, super, äh, selbstverständlich ist. Man sieht natürlich schon so eine Familienähnlichkeit. Also ich meine, die Targaryens sind ja alle offensichtlich tendenziell blond. Ja, weißblond, ja. Ja, diese weißblonden Haare ziehen sich ja offensichtlich durch die Familie, ähm, auch wenn sie dem einen oder anderen, äh, also wenn sie optisch für den einen oder anderen Schauspieler für mich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Aber, zum Beispiel, ich finde aber auch sie, ich finde auch sie, also dieses, diese weißblonde, es sieht halt schon alles sehr nach Perücke aus. Aber man gewöhnt sich dann daran. Aber das war zum Beispiel auch was, was mir sofort ins Auge wörtlich gesprungen ist. Dieser Versuch der optischen Angleichung als Familienähnlichkeit. Ja, das ist ja was, was die Targaryens ganz besonders, worauf sie ganz besonders viel Wert gelegt haben, ich formuliere es mal so. Um es mal so zu formulieren. Also man sollte lieber nicht hinterfragen, äh, man, man sieht ja am Anfang ganz kurz auch die, die Frau von, äh, von, äh, Viserys, äh, und das ist, also er ist, glaube ich, einer ihrer Fettbewerbs. Eltern gewesen. Sie, also sie stammt so aus dem Haus Arren, Emma Arren, aber, äh, ja, keine weiteren Fragen. Naja, es ist ja, ich wollte gerade sagen, dass man sich da, ähm, inzestuös innerhalb des eigenen Clans verheiratet, ist er jetzt auch aus der normalen Geschichte bekannt. Also, ja. Es ist ein gutes Stichwort, denn wir können direkt mal auf diesen Königshof oder auf diese Familie an sich schauen. Das schließt sich nämlich dann an diese Szene an, wo, äh, Rhaenyra da gelandet ist. Wir halten einen Blick eben in die Hauptstadt kurz und dann eben in den Königshof, der, wie ich finde, erstmal ganz schön irgendwie belebt wirkte. Also so belebt hatte ich ihn selten in Game of Thrones irgendwie gesehen. Und da ist viel los, da gehen viele Menschen drumrum und dann wird da, und, äh, Rhaenyra geht dann auch gleich zu ihrer Mutter, ähm, eben Emma Arren, die da schwanger ist. Und es geht dann auch gleich mit einem Dialog zwischen diesen beiden, also zwischen Mutter und Tochter quasi los, wo die Mutter auch wieder die, die Rolle der Frau irgendwie reflektiert. Oder beziehungsweise ihre, ihre Rolle eben um das Reich. Da erwähnt sie das The Realm wieder, wie ich auch schon wieder bei, von Game of Thrones Flashbacks an hier Wahres und Baelish hatte, wie sie da durch den Thronsaal geschritten sind. Und auch über dieses Reich, über dieses, ja irgendwie schon abstrakte Ding irgendwie, über dieses, über dieses Reich diskutiert haben. Und, äh, naja, sie fasst es doch sehr schön zusammen, während, äh, während die Prinzessin meint, ja, sie möchte ein Krieger sein und möchte mit auf dem Drachen fliegen und wie ihr Onkel und überhaupt. Und sowieso sagt ihre Mutter ganz lapidar, Childbirth is our battlefield. Oh ja. Ja, also als Frau, das, das hab ich, das war so, das ist, das fasst diese ganze Folge eigentlich zusammen. Ja. Inklusive der allerersten Szene, wo es ja eben genau darum ging, dass der Rat einen männlichen Erben gewählt hat und den eigentlich, äh, äh, eigentlichen Erben, nämlich die Tochter, Ja, die ja wirklich in erster Blutverwandtschaft, die richtige Tochter des Königs ist, dass die eben abgewählt wurde und dafür aber ihr Cousin, genau, Cousin, äh, gewählt worden ist. Ja, also Rhaenys, Rhaenys Targaryen, äh, wurde übergangen. Also sie steht ja am Anfang in dieser, äh, riesigen Ratszene steht sie ja da mit ihrem Mann. Genau. Äh, Corlys Velaryon, äh, der ja nochmal zu einem anderen Geschlecht gehört und die Seeschlange genannt wird. Ja, und da die Hohen Herken von Westeros natürlich absolut keine Frau auf dem Thron sehen wollen, wollten, äh, ja, wurde sie eben übergangen, beziehungsweise das, ihre ganze Generation eigentlich mal eben so übergangen und, äh, Viserys zum König gemacht. Und dann natürlich mit dem schönen Titel, den sie später ja da kriegt, wo ich echt, ich würde, also weil, äh, 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 ähm, The Queen Who Never Was, also die Königin, die er damals war. Ja, und dass du das als, äh, als Epitaph an deinem Namen noch dranhängen hast, äh, Passive Aggressive Much, ja, also ich, wenn ich den die ganze Zeit an meinem Namen dran hätte, ich würde irgendwen den Nächsten schlagen, der mich so nennt. Aber, äh, das ist ja offensichtlich da, äh, ja, etabliert. Das ist, das ist typisch für diese Welt. Ja, ja. Ich, 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 ich würde auch gar nicht, das Ding ist, es passiert auch schon in dieser ersten Folge wieder so viel und wir sind schon, ja, würde ich sagen, recht gut in der Zeit, wir bekommen im Laufe dieses, das ist jetzt der zweite Gedankenabschnitt, der sich so ein bisschen um die Familiendynamiken dreht, äh, da bekommen wir auch noch eine ganze Menge, äh, mehr davon, nämlich gleich schon in der nächsten Szene, wo wir eine Sitzung des kleinen Rates, äh, bekommen. So ein Small Consul Talk, so Finanzen, Orohrung oder irgendwie so ein bisschen was, da klingt auch schon von, von Corlys, äh, Valerian, klingt da auch schon ein Thema an, was wir natürlich jetzt nicht einfach so übergehen, oder was man nicht einfach übergehen sollte, ähm, nämlich, dass sich da ein paar freie Städte, nämlich Lysmyr und Tyrosch, da zusammengeschlossen haben zur sogenannten Triarchie und dass da, äh, wie nennen sie ihn, The Crab Feeder? Kragas Dahare, äh, sich an die Spitze gestellt hat, quasi. Und, also, darauf wollte ich jetzt kurz gar nicht raus, denn dort, äh, sieht man nämlich, dass, dass Rhaenyra zu ihrem Vater und er, hab ich gedacht, hä, ist sie jetzt Teil des, des Rates? Und nein, natürlich ist sie nicht Teil des Rates, sondern nur darum, den Wein einzuschenken. Ja, also, ganz ehrlich, das ist auch sowas. Die Frauen in dieser Welt machen nichts anderes, als den Männern Wein einschenken. Und dann hab ich mir aber gedacht, ja, auf der einen Seite ist es natürlich so ein Kuschfrau, du gehörst hier nicht an, an die Tafeln mit den großen Kriegern und, äh, Politikern. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Position, ich glaube, gerade auch für Game of Thrones natürlich spannend, das ist natürlich gerade die Position, wo man schnell auch mal Gift, äh, in das eine oder andere Glas träufeln kann oder in die Karaffe oder was auch immer. Und natürlich auch gleichzeitig ein Weg, dass man doch ein bisschen was mitbekommt, was man vielleicht nicht mitbekommen sollte. Das ist richtig. Ja, trotzdem ist es schon ein bisschen ätzend, wenn die Frau da immer nur mit ihrer Karaffe rumsteht. Und ich denke mal so, okay, Leute. Ja, ja gut, wir werden es wahrscheinlich noch bekommen in den kommenden Folgen, aber ich kann dich da sehr gut verstehen. Wir kriegen natürlich, äh, ja, wir kriegen verschiedene Entwürfe natürlich schon hier gleich gezeigt. Wir haben natürlich, ähm, die, äh, Prinzessin Rhaenyra, die, äh, eine, sagen wir mal, eher verletzliche Position ja auch einnimmt, auch mit den ganzen Dingen, die jetzt noch passieren während der Folge. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich aber auch die, äh, Königin, die keine war oder keine, niemals eine war, die natürlich, äh, eine völlig andere Position einnimmt, die sich zwar optisch in ihr Schicksal fügt, aber natürlich im Hintergrund stark manipuliert. Aber gleichzeitig natürlich Rhaenyra auch in einem Gespräch kommt dann später, ähm, sagt, was glaubst du eigentlich, es wird sich niemals ändern, egal was du machst. Ja, es ist, also du kriegst verschiedene Entwürfe einfach gezeigt. Und dann natürlich, klar, auch noch Ellison, glaube ich, die ja nochmal ein dritter Entwurf ist. Ja, also es ist schon interessant. Aber, äh, du hast vorhin noch einen Punkt gesagt, nämlich, dass sie durch ihre, äh, ja, dadurch, dass sie Wein anschenkt, eben auch eine ganze Menge jetzt schon dafür, äh, davon mitbekommt, was denn da die, 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 die Herren so reden. Äh, 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 unter anderem eben auch das mit dieser Triarchie, die da, äh, äh, ihre Macht behaupten möchte. Und ich meine, da passiert in der Folge jetzt noch nicht so viel. Da ist mir ein Detail aufgefallen, äh, als Rhaenyra, äh, Lord Corlys da Wein einschenken möchte, da rüchte er einmal mit seiner Hand so über sein Glas. Und da hatte ich sofort ein Flashback an Bruce Bolton, der das bei der Roten Hochzeit genauso gemacht hat. Und war so, ah, okay, war wahrscheinlich nur zufällig, aber ich war trotzdem kurz, ah, das hat er auch gemacht. Ähm, es wirkt auch schon so von Anfang an hier so, so richtig, nimm den keiner ernst. Er redet da von seiner Gefahr und er trägt so ein bisschen, das hat mich auch so ein bisschen an, ja, an heutige, äh, Sachen manchmal erinnert, wenn Leute vor dringenden Gefahren warnen, aber dann erstmal so, oh ja, wir kümmern uns erstmal hier ganz in Ruhe um das Turnier. Interessant ist ja auch, es wird ja nicht noch vor dieser einen Gefahr gewarnt, sondern es wird gleichzeitig natürlich auch noch eine neue Figur eingeführt, die tendenziell auch eben eine, äh, Gefahr sein könnte. Nämlich tatsächlich der Onkel, der ja der aktuelle Thronerbe ist auch und, äh, über den wird ja jetzt auch diskutiert, dass es eben heißt, er sei zu, äh, 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 wie sagt man, grausam und würde zu hart durchgreifen und hätte ja schon verschiedene, verschiedene Stellen inne gehabt und egal welche Stelle er hatte, er hatte immer einen schlechten Ruf und aktuell ist er eben Heerführer, kann man das so vielleicht sagen? Er ist der Kommandant der, der Stadtwache, das sind die, äh, die, äh, die, äh, die Golden Cloaks, ja. Genau, die Goldröcke, ja, genau. Ja, Goldröcke, okay. Genau, der, 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 der hat die, äh, äh, praktisch, äh, ja, der hat die revolutioniert eigentlich so ein bisschen, also die, die werden hier das, was sie dann auch in Game of Thrones sind, sind dann wirklich eine eingeschworene Bruderschaft. Normalerweise ist es auch so, dass wenn man bei der Stadt, äh, Wache gedient hat, dass man dann, äh, glaube ich, im Zölibat leben muss oder auf jeden Fall, äh, äh, auf, auf jeden Fall auf, auf Erbschafts, äh, Ansprüche verzichtet. Also das ist ja bei Jamie Lannister so in, in Game of Thrones, äh, der es dann ja auch steht. Also nur am Rande, es ist hier nicht so. Die huren alle rum und saufen und trinken und so. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja, aber ich wollte nur sagen, also hier lebt keiner im Zölibat. Ja, aber, was, 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 was heißt Zölibat? Die dürfen halt nicht heiraten. Die, die haben keine Erbschaftsansprüche. Ah, naja, gut, okay, also hätte ja auch einfach kein Sex heißen können. Okay. Ach, als ob sich da einer dran hält. Ja, gut, aber das ist natürlich dann nochmal extra interessant, weil er ja der Thronerbe ist. Könnte es eventuell auch sein, das weiß ich nicht, Spekulation, dass diese Regel, die wir dann in Game of Thrones sehen, nämlich, dass keiner, der in dieser Position dient, tatsächlich auch in der Erbfolge sein darf, kann das eine Konsequenz sein aus den Ereignissen, die wir hier in dieser Serie sehen werden? Möglicherweise. Weil Damon an dieser Position ist, das heißt, wir wollen es nie mehr so weit kommen lassen, wie es gekommen ist, als Damon, ähm, also Prinz, nee, sag ich Prinz, ich weiß es gar nicht, also als er, als er, äh, Leiter der, oder Chef der, äh, Goldröcke war. Ja, genau, der Goldröcke. Ja, das könnte gut darauf zurückgehen, das ist mir jetzt nicht so gelaufen. Ich merke schon, ihr wollt ein bisschen über Damon reden. Äh, zu dem kommen wir auch gleich. Ähm, kurz noch, ich möchte kurz den kleinen Rat abschließen, denn, was da natürlich schon angedeutet ist, wird nochmal, äh, Viserys, der freut sich natürlich ganz sehr auf seinen Sohn und ist sich auch sehr, sehr sicher, dass es sein Sohn wird und ist natürlich, denkt in erster Linie daran und in zweiter Linie eben an ein Turnier, was wir dann auch später noch sehen werden. Ich mach also diese, diese, diese Szene, diese kleine Rat da, die, die hatte auch schon ziemlich viele kleine Rat-Vibes, die mir, muss ich ganz ehrlich sagen, so, dann mit ihrer Hülle und Fülle, wie sie in dieser Serie auftreten, fast schon ein bisschen too much sind. Aber darauf kommen wir an gegebener Stelle nochmal zurück. So, jetzt kommen wir, wir gehen zu Matt Smith und, äh, als Damon Targaryen. Denn Rhaenyra verlässt dann den kleinen Rat und, ja, schleicht sich, na, nicht, nicht ganz, aber sie geht zum ersten Mal in den Thronsaal und da steht da auch schon, äh, unser eiserner Thron, den wir aus Game of Thrones kennen, mit seiner kleinen Erweiterung. Das ist auch kleine Erweiterung. Ja, also, ich, ja, ich find das nett. Die da wären, die Stufen oder was? Nee, die, 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 die paar Säbel, die da jetzt da drum stehen. Genau, die, 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 die Schwerter halt, die, also, das ist deutlich jetzt näher am Buch, weil im Buch ist der ja noch, also, ich, ich glaub, man könnte den gar nicht so umsetzen. Nee, aber, also, ja, ich find, ich sag mal so, ich find das nett, aber ich hätt's mir dann doch, also, ja, weiß ich nicht, ob da, also, es sieht ein bisschen leer aus irgendwie. Ach, also, für mich unterstreicht das halt ganz gut, dass der Thron, äh, da halt noch wirklich im Besitz der Targaryen ist und da, äh, die zu dem Zeitpunkt auch einfach noch eine größere Machtfülle aus, ausgefüllt haben, ne, also, das, das unterstreicht das ganz gut. Hätten sie doch auch ein bisschen, äh, bisschen, hätte ich, ich hätt mir da ruhig noch mehr, noch mehr Extravaganz oder noch ein bisschen mehr Schwerter oder was vorstellen können, um diesem Thron vielleicht noch ein bisschen näher zu kommen, wie er da, äh, auf bestimmten Zeichnungen oder so zu finden ist. Ja, äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt das gerne mal googeln, äh, da gibt es sehr interessante Illustrationen und wenn man das dann sieht, dann wird man sich bewusst werden, dass man diesen Thron so gar nicht umsetzen kann. Ja, und wir bekommen jetzt quasi in den nächsten Szenen, das sind nicht nur die eine, er hält dann auch seinen eigenen kleinen Handlungsstrang, nenne ich es mal in der Folge, bekommt man Daemon Targaryen so ein bisschen, äh, charakterisiert, so, und jetzt ging es schon los, Matt Smith, Dom, da hast du ja auch schon so deine, ja, deine Haare so ein bisschen gerauft, also ich... Och ja, was heißt Haare ein bisschen gerauft, das ist halt, glaube ich, mit Abstand das bekannteste Gesicht hier, also der ist halt nun mal Dr. Who, auch wenn ich Dr. Who nie gesehen habe, er war ja auch zuletzt, glaube ich, in Morbius im Kino, wenn ich mich nicht irre, und, ähm, ja, als ich dann damals so die, die ersten Bilder von ihm im Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ja, also... Also, Matt Smith, es ist ja cool und es werden wahrscheinlich auch einige, größtenteils weibliche, äh, äh, Fans hier einschalten, auf jeden Fall, aber, äh, er sieht komisch aus mit dieser Parücke und dabei bleibe ich. Ich hab mich jetzt, äh, dran gewöhnt. Ich fand, der sah auch komisch aus, aber mittlerweile hab ich mich dran gewöhnt. Und ich kann zumindest sicher sein, das war das Einzige, was mich darüber hinweg getröstet hat, dass Matt Smith eine ordentliche Leistung abliefert, denn ein guter Schauspiel ist er auf jeden Fall. Aber wie er, wie er eingeführt wird, gefällt mir tatsächlich sehr gut und halt auch schon sein Verhalten, beziehungsweise dieser kurze, äh, Dialog, den er dann hält mit Rhaenyra und der ja auch allyrisch ist und deshalb, äh, untertitelt. Äh, Frage, ja, genau, welche Sprache sprechen sie und warum? Und offensichtlich können die anderen das auch verstehen. Ich dachte erst, das wäre eine Sprache, die nur, die, die, nur die, äh, Targaryens sprechen können, also nur die, die in diesem Haus sind, aber offensichtlich nicht, weil später versteht ja auch die Geliebte von Damon, was sie sagen auf Valyrich. Also kann das jeder verstehen? Und warum reden sie dann diese Sprache? Das muss nicht jeder verstehen, die sprechen halt des größtenteils unter sich, aber, äh, das ist ja auch eine relativ, also die Sprache lebt eigentlich nur noch durch die, weil Valyria ja untergegangen ist. Okay, und was sprechen alle anderen dann? Was ist die Hauptsprache, die da gesprochen wird? Westeros-Deutsch. Nein, äh, Westerosi, das ist eine, eine, eine Gemeinsprache, ähnlich wie in Mittelerde zum Beispiel. Gemeine Zunge. Genau, die gemeine Zunge. Also macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass die eine andere Sprache sprechen, außer dass es halt nett ist, eine andere Sprache zu haben. Ich glaube, es ist natürlich, es ist auch was, was die, äh, was die Zuschauer in, aus Game of Thrones kennen. Game of Thrones kennen, na klar, aber, äh, warum? Ja, ich glaube, ich glaube, keiner, ich, ich fühle mich voll blasphemisch. Ich hinterfrag hier wahrscheinlich Dinge, die alle anderen, ist doch selbstverständlich, das war schon immer so, das war auch in Game of Thrones so. Nee, nee, ich glaube, sie könnten tatsächlich, äh, wahrscheinlich würde es zeitlich Sinn machen, das alles zu untertiteln und überhaupt, also nur in dieser Sprache zu sprechen, aber ich glaube, das haben sie jetzt einfach nicht gemacht, weil keiner Bock hat, äh, so viel. Ich hatte zum Beispiel auch kurz spekuliert, dass es vielleicht die Sprache ist, mit der sie mit den Drachen sprechen, aber das war ja auch nicht so. Ah, nee, wobei, in einzelnen Worten, dann sehen wir ja später auch gleich. Jaja, bei der Beerdigung, aber, äh, also hier soll es einfach auch nochmal unterstreichen, äh, ja halt die Familienbande zum einen natürlich über die Sprache und eben auch eine gewisse Vertrautheit miteinander. Ja, wir bekommen in der Folge quasi eine weitere Charakterisierung, oder wir sehen, wie er vielleicht auch so ein bisschen seinem, seinem Namen, haha, so ein bisschen, zumindest im Deutschen, äh, gerecht wird. Nämlich von eigentlich bisher sehr ruhigen Szenen, es gibt noch eine kleine mit Viserys und seiner Frau. Kommen wir zur ersten, äh, Gemetzel-Szene in dieser Serie und wenn Game of Thrones für noch was bekannt war, außer für, ich weiß es nicht, Drachen und dem Kampf um den Thron, dann sind's leider solche. Du musst noch titten. Ja. Genau, Gewalt und Sex, hab ich ja auch aufgeschrieben. Ja. Um genau zu sein, hab ich geschrieben, Gewalt und Sex, warum? Umfragezeichen und, denn, ich glaube, das ist eine Diskussion, die im Game of Thrones auch immer wieder geführt wurde und die ich hier aber auch nochmal führen möchte, nämlich, wenn Gewalt und oder Sexszenen für eine Figur oder einen Strang, einen Geschichtenstrang, äh, zu einer Entwicklung beitragen, dann, äh, kann man darüber diskutieren, wie explizit es sein muss, aber dann ergibt es zumindest für die Handlung und oder für den Charakter einen Sinn. Aber bei, äh, Game of Thrones, äh, zumindest ging es immer so, das, was ich gehört habe und hier jetzt auch, ähm, ist immer die Frage, ähm, ist es wirklich dazu da, um einen Charakter oder eine Geschichte weiter zu transportieren oder ist es einfach nur Gewalt um der Gewalt willen und Sex um der, um das Sexes willen und dann so explizit wie möglich, um entweder einen Schockfaktor oder aber einen Sehfaktor in irgendeiner Form für ein bestimmtes Publikum darzustellen und dann eben die klassische Frage, muss das sein? Äh, ich würde sagen, es deckt beides ab, also es hat natürlich eine gewisse Schockwirkung, es ist auch irgendwo eine Provokation, gerade im amerikanischen Fernsehen, das ist ganz klar, aber ich würde nicht sagen, dass es hier reiner Selbstzweck ist und diese Szene soll ja auch illustrieren, äh, was jetzt Demen, äh, für eine harte Hand, äh, an den Tag legt mit, mit der Stadtwache und, äh, was sie für Methoden ergreifen und das wird dann ja später auch, also das, das hat ja, das hat ja Konsequenz, das ist ja, diese Szene ist ja nicht nur einfach da und da zu sein, sondern aufgrund dessen, äh, kommen dann ja im, im kleinen Rat dann auch nochmal Zweifel auf, ob der sich überhaupt für irgendeine hohe Position eignet. Ja. Und, äh, der Sex ist natürlich auch, äh, dazu muss man sagen, Matt Smith hat ja in einem Interview bereits zumindest angedeutet oder, ja, also er, er sieht es auch kritisch, also er hat gesagt, er hat zu viele Sexszenen in der Serie. Ja, ja, und, äh, also was ich, äh, ja, nee, was ich nur gehört hatte ist und, äh, ich sag ja, man kommt nicht ganz drum rum, das eine oder andere mitzubekommen, war ja, dass es dann gerne für uns ja, ähm, sehr, also das heißt sehr viele, aber doch einige explizite Vergewaltigungsszenen auch gab, die ja sehr umstritten waren, auch im Fandom, ob die überhaupt so in der Serie was zu suchen haben und, äh, und das, sowas meine ich dann in der Art. Und hier zum Beispiel finde ich auch, dass es hier zum Beispiel, äh, konsequent zur Entwicklung der Figur beiträgt. Ähm, also da finde ich auch, das ergibt auch Sinn hier, genau. Ja, hier wird ja auch eine wichtige Figur eingeführt, nämlich Mysaria, gespielt von, ähm, Sonoya Misuno. Das ist die geliebte, oder? Von, von, von Damon, oder? Ja, geliebte eher Mätresse, also es ist ja eigentlich eine Prostituierte, die ist ja, die kommt ja irgendwie absolut aus dem Nichts, die stammt ja aus der freien Stadt Lys und, ähm, ist auch, aber die, die ist tatsächlich wichtig für seinen Charakter und auch seine Entwicklung. Ähm, wir sind, äh, wir sind gerade noch beim, beim Gemetzel, ne? Ach so, ja, okay. Wir haben schon ein bisschen vorgelegt. Wobei, wobei mich das ja auch sehr, äh, an was in der zweiten Staffel Game of Thrones erinnert hat, wo ja hier Bronn, äh, auch zum Kommandanten der Stadtwache, äh, wird und wo dann, ähm, 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 also wo, wo er dann als ehemaliger Halsabschneider, der dann jetzt eben Kommandant ist, äh, wo der dann eben sagt, wie effektiv er gegen die Kriminalität in der Stadt vor, äh, vorgegangen ist, indem er alle Diebe zusammengetrieben und allen eine Hand abgeschlagen hat. Mhm. Oder hat abschlagen lassen. Das ist ja auch so ein, das ist ja später auch die Diskussion eben mit Damon selber, dem ja auch vorgeworfen wird explizit, es gibt ja dann noch eine Ratssitzung, dass er zu grausam gehandelt hat. Richtig. Und dass er dann aber auch sagt, ja, wie anders sollen wir dann aber das Gesindel, das wir hier nicht haben wollen, die Räuber und Diebe und Mörder und was nicht alles, wie sollen wir die sonst verschrecken? Da muss man, also anders, anders geht das nicht. Das ist ja auch seine, ähm, äh, also seine, seine Verteidigung, die er dann anbringt. Das ist quasi Inhalt dann der, 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 der Ratssitzung, die da, die darauf folgt. Da haben wir die zweite kleine Ratssitzung. Und da sieht man aber dann auch schon, wie sich Lord Corlys so ein bisschen auf die, auf Seite Dämons stellt. Boah, man muss immer ganz ehrlich sagen, irgendwie so, also um den Tisch, da sitzen auch nur so, also sitzen auch so, nur so Charaktere, wo du denkst, so, hm, okay. Ich vertraue keinem von euch. Ja, richtig. Ja, ja, also Stiefel lecker halt, ne, wie man das auch in Game of Thrones hatte. Wobei hier, ja, äh, ich weiß nicht, also, ja. Ich wollte gerade sagen, Otto Hightower, weniger Stiefel lecker, mehr, äh, Messer in Rücken, Dolcher. Aber, äh, aber ja. Ja, aber auf seine Art und Weise. Also, der ist schon, schon ein ambivalenter Charakter, äh, habe ich zumindest den Eindruck. Also, auch klasse besetzt tatsächlich. Also, Rice Ithens passt hier wunderbar rein. Ganz toll. Zum Beispiel auch eines der Gesichter, ähnlich wie Matt Smith, äh, die bekannter sind. Ich finde ja auch zum Beispiel Paddy, äh, Considine, glaube ich, wird da ausgesprochen, der ja den König spielt. Auch ein Gesicht, das ich kannte. Also, es sind zumindest, äh, zwei, drei Leute drin, wo ich denke, ach, guck, die hast du schon mal gesehen. Und dann auch zwei, drei Leute, wo ich sage, hab ich schon nie gesehen, aber. Ja, sie haben es halt wie bei Game of Thrones gemacht. Sie haben, äh, bekannte Gesichter genommen, die aber, äh, nicht so dermaßen bekannt sind, dass, dass deren Prestige, sage ich mal, die Rolle überstrahlen würde. Das, das war ja auch schon bei Sean Bean so in, in der ersten Staffel, äh, Game of Thrones zum Beispiel oder auch bei anderen dann. Also, das finde ich super und, äh, kann ich mich nur anschließen. Ich finde Paddy, Considine ganz großartig in dieser Rolle und, äh, da macht es dann auch gar nichts aus, dass sie seine Figur zumindest so von der Erscheinung gegenüber der Vorlage ein bisschen weichgespült haben. Und dann, äh, König Viserys war ziemlich fettleibig, sagen wir es mal so. Okay. Ja, es sind, äh, auch noch, also, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal über die Schauspielliste schaue, äh, zwei Namen, die ja auch nur irgendwie mal kurz so auftauchen und ein bisschen eine kleine Rolle haben, aber hoffentlich später dann noch mehr zu sagen haben werden, weil sie eben etwas prominentere Schauspieler sind. Das ist Graham McTavich, der ja als, ich sag jetzt mal, Leibwache der Prinzessin irgendwie fungiert oder Leibritter oder wie auch immer. Es ist der Harold Westerling. Westerling, genau. Und Bill Patterson ist ja auch bekannt, also Lord, äh, Beesbury, der, glaube ich, mit dem kleinen Rat auch öfter mal was sagt. Das sind so die Gesichter, wo ich sage, ach, guck, die kenne ich. Also, ich muss sagen, der Cast generell, äh, gefällt mir bislang sehr gut, auch, äh, große Props, äh, Lord Corlys Valerian, äh, der, äh, mausert sich bei mir gerade neben Pelliconsidin schon zu meinem Liebling. Ich find den richtig, richtig toll, Steve, äh, Toussaint. Ja, der, der, der hat eine Präsenz. Der hat vor allen Dingen tolle Frisur. Ja, richtig, ja. Ja, der, 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 der sticht ja auch sehr hart raus eben durch, durch diesen Kontrast einfach, ne, dass, dass der weiße Haare hat dann auch. Und, äh, dann ja auch später dann mit, mit seiner Tochter, aber, ähm, ne, den, den, den find ich auch, äh, richtig, richtig gut besetzt. Gut. Der ist ja auch generell, wenn man, also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil der ist, äh, äh, eine wahnsinnig interessante Figur eigentlich. Also, der wird, der wird ja die Seeschlange genannt und der ist auch, äh, 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 gehört auch einem, einem, äh, sehr alten, valyrischen Haus an und ist insofern noch am ehesten blutsverwandt oder würdig sich irgendwie auch mit den Targaryen zu, zu, äh, verbandeln. Haben sie ja auch schon, also er hat ja Rhaenys Targaryen geheiratet und der ist vor allem auch ein, äh, großer Seefahrer. Das ist, das ist so einer der, der größten Seefahrer eigentlich der, der Siebenkönigslande und Essos. Also, ich hoffe, dass da noch einiges kommen wird. Deswegen hat er ja so ein bisschen Sorge wegen der Triarchie da unten. Ich hab ein bisschen Angst, hier meine Fragen und oder Anmerkungen anzubringen, weil die Zeit ja sonst so davon läuft. Ich will hier ja nicht eure Zeit so, aber ich hab trotzdem noch eine Anmerkung, weil wir jetzt gerade eben bei den Schauspielern sind, da würde es passen. Und zwar die ganz klassische Diskussion, die es, glaube ich, immer gibt, wenn eine neue Serie kommt und oder in dem Fall ja eine Prequel-Serie, Diversität im Cast. Null Diversität. Wir haben eine Person of Color, nämlich besagten, äh, Seefahrer. Und, äh, mir ist schon klar, dass das Ganze in einer sehr weißen Welt spielt, ja. Aber, äh, in anderen Serien hat man gesehen, dass man durchaus auch, ähm, ja, also, äh, farbenblind finde ich jetzt schwierig sollte, äh, zu sagen, aber dass man zumindest auch anders besetzen könnte, wenn man wollte. Und, äh, ja, mich stört es tatsächlich, dass hier zumindest von Anfang an nicht ein Versuch gemacht wird, Divers zu besetzen. Das hätte man natürlich machen können. Der wurde aber eigentlich gerade, der wurde eigentlich gerade gewagt mit, äh, Lord Call is Valerian. Ja, aber das ist eine, du hast eine Alibi-schwarze Person in dieser ganzen Reihe. Und du hast, du hast ja auch Mysaria. Ja. Und, äh. Die eine Asiatin ist. Ja. Und von wie viel wichtigen Schauspielern? Also, ich finde, man hätte da durchaus ein bisschen diverser herangehen können. Weil, also, und das ist natürlich immer so eine Diskussion, äh, Quellmaterial, etc., etc. Ich finde aber grundsätzlich, dass, wenn man merkt, dass ein, eine, ein Quellmaterial, äh, in einer bestimmten Beziehung veraltet ist mit dem, was heute aktuell ist, dann darf man da entsprechend anpassen. Und, äh, das ist eine schwierige Diskussion, aber das war zumindest was, was mir hier auch sehr stark aufgefallen ist. Das ist alles natürlich sehr, sehr weiß. Ja. Das, ja, kann ich eigentlich nur, ich verstehe dich, Birt-Marie. Ja. Also, das Problem ist ja auch, nur weil du divers besetzt hast, ist ja noch lange nicht, dass es dann auch klappt mit der Diversität. Aber es gibt zumindest eine Grundlage, mit der man arbeiten kann. Mhm. Also, ich sehe, äh, durchaus die Grundlage. Sie haben halt genau an den richtigen Stellen, ähm, divers besetzt. Ich finde, man hätte mehr, man hätte mehr machen können. Ja, aber wen willst du denn da nehmen? Die Targaryen, das wäre ja völlig unglaubwürdig. Ja, warum? Das ist ja die Frage. Das ist ja, also, das ist ja die Frage, äh, abgesehen davon, dass ja hier auch, ähm, gehört nicht offiziell dann auch hier unser Seefauerleute, ich bin immer so schlecht mit Namen, offiziell zu Targaryen-Familie. Dadurch, dass er sie geheiratet hat? Nein. Ja, natürlich. Er hat sein eigenes Haus, aber, äh, nicht so, aber ich finde, man hätte, man hätte durchaus auch, äh, den einen oder anderen noch etwas diverser besetzen können. Und, ähm, dass die Targaryens, da gibt es keinen Sinn, das ist richtig, aber, ähm, da ist halt auch die Frage, und das war ja auch schon ein Problem, würde ich jetzt mal behaupten, bei Game of Thrones. Das ist ja das Problem, dass du hier eine Prequelserie hast, die an Game of Thrones anschließt. Wäre Game of Thrones vielleicht diverser besetzt gewesen, hätte man hier anders arbeiten können? Ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die sich in den Raum schmeckt. Game of Thrones war eigentlich relativ divers besetzt, aber eben halt an den Stellen, wo es Sinn macht. Ja, aber wenn man ganz, also wenn man ganz ehrlich ist, auch Game of Thrones war weit davon entfernt, divers zu sein. Also allein, wenn du den, wenn, guck dir die Maincast, guck dir die, äh, die, die, die Häuser an. Nein, das, das ist eigentlich alles andere als divers. Und jetzt, das, also bei... Es, es muss eben auch im Kontext dieser Welt Sinn machen. Ja, aber, also, wie Britt-Marie es sagte, diese Welt oder diese, als George R. R. Martin das geschrieben hat, gut, das, ich weiß gar nicht, in den 90ern, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, also, ich hätte es auch nicht dagegen, wenn man das halt dementsprechend anpassen könnte, oder eben. Also, ich meine, man sieht es jetzt in der Diskussion zum, äh, zur, äh, Ringe der Macht. Richtig? Da ist ja noch mal so. Oh mein Gott, ein schwarzer Elf. Ja. Oh mein Gott, ein schwarzer Zwarg. Und es funktioniert trotzdem. Auch wenn, und... Das wissen wir ja noch nicht, wie es funktioniert. Das ist eine andere, naja, also, äh, 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 die Diskussion, die Diskussion führen wir, wenn wir über die Recaps, äh, von der anderen Serie sprechen. Aber, das ist zumindest ein, da ist aber ein, das wäre aber ein Punkt, der mir hier tatsächlich noch mal wichtig gewesen wäre, um es anzusprechen. Das können wir jetzt vielleicht nicht, äh, nicht komplett beantworten, aber es ist zumindest was, was mir aufgefallen. Ja, verstehe ich. Und wenn man sich dann überlegt, was Corl ist, auch Corl ist, ist ja halt auch dann wieder die Seeschlange, ist der Pirat, wenn man so möchte. Ist ja, ist ja kein Bösewicht jetzt an sich, aber so erstmal wieder der... Wohin das noch geht. Eben, der Freibeuter oder so, das ist natürlich auch schon wieder, äh, ja. Ja, natürlich Klischee, ist schon klar. Aber das ist einiges, äh, ja, aber es ist, ja, ist tatsächlich ein Punkt, ja. Okay, äh, das war ein kurzer Exkurs. Genau. Zurück zu... Dann wollen wir jetzt noch über die, über den ersten Bordellversuch von, äh, nicht Versuch, sondern Besuch von Damon sprechen. Ihr habt den ja vorhin schon vorweggegriffen, ich weiß auch nicht, ob man über den so ausführlich, äh, sprechen muss. Das erste, was ich... Im Detail, auf jeden Fall. Ja, was ich, was ich gedacht hab, das ist so eine Szene, die ist eins zu eins aus der ersten Staffel von Game of Thrones. Also, die hätte eins zu eins daraus... Obwohl die da expliziter gewesen wäre. Ich, äh, fand's interessant, wie hier eigentlich eher männliche Nacktheit im Vordergrund steht und gar nicht mal so sehr weibliche. Aber das hängt wahrscheinlich in dem Fall dann auch hier mit Matt Smith zusammen, den halt viele kennen. Und, äh, hier Sonoya Misuno kennt man, kennt man ja auch. Ich weiß nicht, euch sagt der Name nichts? Das ist die, äh, Asiatin... Ich kannte sie tatsächlich nicht. Das ist die Asiatin aus, äh, Ex Machina, die da diese... Ach so, ja doch, dann kenn ich sie schon. Dieser Hausroboter war. Ich hätte sie aber nicht erkannt, ich sag's dir ganz ehrlich. Nee, die erkennt man hier auch nicht so. Also, die, die war ja auch zuletzt, äh, auch in, in der Serie von Alex Garland, äh, Devs, die wir ja auch besprochen haben. Kann man gerne mal reinhören, da war sie ja die Hauptdarstellerin. Und, ja, ich find's tatsächlich toll, dass sie hier besetzt wurde und bin sehr gespannt, was sie daraus machen werden. Hm. Ja, äh, weil du gesagt hast, apropos Nacktheit und so. Ja, wir sehen natürlich Matt Smith nackt, aber ich finde, denke, es wird sich auch nicht ändern im Laufe der Serie. Du hast schon ein klassisches Mel Gaze. Es ist nicht so, dass das hier, dass das hier kein Mel Gaze wäre oder aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Also, das definitiv nicht. Wir kommen zum Turnier, das vorhin schon angekündigt wurde in der Folge von Viserys. Wir haben ein Turnier, und das ist wieder eine Verbindung, die ich natürlich in meinem Kopf ziehe, äh, zu der ersten Staffel von Game of Thrones, wo wir auch ein Turnier bekommen. Oder verboten bekommen, was im Vergleich zu diesem Turnier eher ein Turnierchen ist, weil, also was man hier in Sachen aufgeboten hat, also, uiuiui, okay. Ich hab kurz gedacht, es gibt so den einen oder anderen Shot von oben, die fangen gleich an, Quidditch zu spielen. Ich fand irgendwie, das sah aus wie, 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 wie das Quidditch-Stadion. Aber dann, also haben wir wirklich eine Szene, die auch nicht, also, die, die auch nicht an Gewalt spart. Ja, die auf verschiedenen Ebenen handelt. Einmal natürlich unten, was geschieht bei den, bei den Kämpfern. Und dann einmal auf der Tribüne oben, was so die, die Versammelten, die dort sind, Otto Hightower ist auch wieder da, oder auch Rhaenyra und Alicent, die da so miteinander reden. Wie hat euch dieses Set-Piece gefallen, Britt-Marie? Es hat mir natürlich, diese ganze Geschichte, da waren ja mehrere Szenen, es hat mir mehrere Dinge klargemacht. Zum einen, wir leben definitiv in einer fressen oder gefressen werden Welt hier. Das wird durch dieses Turnier, finde ich, nochmal ganz explizit gezeigt. Und zwar noch, finde ich, viel deutlicher als bei dieser Szene in der Stadt, wo Damon mit seinen Goldröcken da irgendwie durchmarschiert und allen die Hände und was weiß ich. Ich fand die hier auch irgendwie effektiver. Ich fand das hier, und zwar ist mir das, fand ich das hier so deutlich und auch effektiver, weil nämlich die Reaktion des Publikums direkt gezeigt wurde und auch die Reaktion der Königsfamilie, nämlich keine Reaktion. Dass es also eine Selbstverständlichkeit ist, dass so gehangelt wird, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass zum Beispiel Leute auch einfach bescheißen. Es tut mir leid, aber es war so. Also es gibt zum Beispiel die eine Szene, wo Damon antritt gegen eben einen anderen Ritter und die ja mit Lanzen aufeinander zureiten. Also dieses klassische Schochten, glaube ich, heißt es. Schochten. Aber ja, danke. Und statt, dass also, ich glaube, es gibt die Regel, dass man das ja irgendwie, also oberhalb der Hüfte irgendwie normalerweise hält. Und er hält es ja aber in die Füße von dem Pferd seines Gegenübers, sodass das Pferd stürzt und damit auch der Gegner stürzt. Und das ist ja schon sehr unehrenhaft eigentlich. Aber das war dem Publikum. Ja, das war dem Publikum. Und auch der Familie, völlig egal, die haben im Gegensatz ihn noch dafür gelobt, dass er so geschickt und klug gehandelt hat. Und das zeigt ja ganz deutlich, was für ein Wertesystem hier transportiert wird. Und dass eben sowas wie Ehre oder Anstand oder sowas keine Rolle spielt, sondern am Ende nur das Ergebnis zählt. Und das Ergebnis ist, er hat gewonnen. Und deswegen eine klassische Gefressen-und-Gefressen-werden-Mentalität. Und es zieht sich, denke ich, durch diese ganze Serie durch. Und das, fand ich, wurde hier ganz wirklich brillant gezeigt durch dieses Turnier. Ja, ein bisschen noch zwei Dinge an dieser Szene aufgefallen. Erstmal, also so effektiv ich diese Szene auch fand, irgendwie hatte ich dann, da habe ich wieder an das Turnier der ersten Staffel zurückgedacht. Das hatte, also fand ich hier fast, war es ein bisschen, naja, nicht direkt überinszeniert, aber ich hatte das Gefühl, in der ersten Staffel war das noch, da war das noch deutlich bodenständiger irgendwie. Und da hat es für mich noch mal, noch mal mehr Wumms, als hier jetzt. Na gut, da hast du den Berg halt, ne? Ja, der gut ist, ja, okay. Der sein Pferd dann köpft. Aber es war auch ein ganz anderer, also es war auch ein ganz anderer Produktionsaufwand, finde ich. Ja, natürlich, klar. Das hat man, also, und da würde ich fast die Szene aus der ersten Staffel nochmal vorziehen. Und dann möchte ich einmal kurz sagen, wie beschissen ich den Helm von Dämon finde. Ich finde, der sieht überhaupt, boah. Ja, ja, ja. Der hatte rechts und links so Metallflügel, die so abgingen, so ein bisschen wie. Ja, so ein Drachenhelm. Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie aus so einem Fanshop. Ja. Interessant hier übrigens auch, darum, also, dieses Turnier hat ja mehrere Dinge transportiert. Also zum einen eben Etablierung von der Welt an sich. Dann natürlich, Damon wird geschlagen tatsächlich. Wo alle so, oh mein Gott, er würde geschlagen. Also, dass er auch eine gewisse Demütigung natürlich auf dem Feld erlebt hat. Dann natürlich sehr interessant zu sehen, wer gibt wem öffentlich, ja, also sein Zeichen. Also, in welchen Namen reitet welcher Ritter. Und dann ist es ja auch so, man kann ja auch einfach sein Zeichen oder wie sagen wir, also your favor. Man kann das ja nicht ablehnen als Prinzessin. Also, wenn der Ritter kommt und sagt, ich möchte bitte hier dein Krönchen schlagen oder was auch immer. Ach, du meinst die Gunst. Die Gunst. Richtig, die Gunst. Die Gunst der Prinzessin. Ich hatte halt immer das Englische, also, can I have your favor, ja. Ja, und also kann ich deine Gunst haben. Dann kann man ja auch nicht Nein sagen. Also, das war auch noch sehr interessant zu sehen, was da öffentlich, wie, wem gezeigt wird. Und wer, wie, mit wem sich da irgendwie anbendelt. Das war noch ein sehr spannender Aspekt. Und dann natürlich ganz klassisch die Parallel-Story noch mit der Mutter, aber leider kommen wir noch dazu. Ja, ja, das machen wir jetzt gleich. Ich wollte bloß noch kurz ein, man sieht ja auch zum ersten Mal diesen Herrn Kohl, wie heißt er, Kristen Kohl? Ja, oder Kristen Kraut im Deutschen. Der, den der Dame schlägt, meinst du? Genau, auf Deutsch Kristen Kraut. Ja, ja, genau. Ist so ein bisschen, ja gut, die deutsche Übersetzung da. Ne, genau, um die Alliteration beizubehalten, hat man den dann auch noch anders geschrieben. Deswegen, ich war sehr verwirrt auf meiner Recherche. Und da wär's das jetzt? Und dann hab ich zwei, ich hab erst gedacht, es wären zwei unterschiedliche Figuren. Egal. Wir kommen dann aber auch schon zu dem, beziehungsweise, das wird ja eigentlich parallel geschnitten. Viserys muss plötzlich die Tribüne verlassen, denn das Kind kommt, nenne ich es mal, oder beziehungsweise tun sich da Komplikationen auf. Und Viserys eilt weg zu seiner Frau und wird dann vor, ja, vor eine Wahl gestellt, in der, was er mäßt, der dort anwesend war, ich glaube, ja. Ja, der sagt ihm, dass sie die Frau nicht mehr retten können. Ja, genau, entweder. Also, immer können sie nicht mehr retten, aber sie haben eventuell noch die Möglichkeit, den Jungen zu retten und dafür müssen sie aber, ja, ich nehme an, sie machen einen Kaiserschnitt, ne? Ja, so das von dort zum Kaiserschnitt, genau, ja. Ja, richtig, genau. Und genau durch den hohen Blutverlust bedeutet das de facto den Tod der Mutter auf jeden Fall und eventuell auch den Tod des Kindes, man weiß es halt nicht. Ja, richtig, genau. Und da, wie fandet ihr diese, also ich fand, muss ganz ehrlich sein, ich fand diese Umschnitt oder diesen Parallelschnitt irgendwie ein bisschen seltsam. Zynisch. Ja. Nee, toll. Was? Ich fand das, ich fand das toll. Ich fand das ganz, ganz großartig, weil für mich hier mehrere Dinge parallel gelaufen sind und sich gespiegelt haben. Das ist ja auch was, was wir oft in Serien haben, dass sich Handlungen spiegeln, in diesem Fall nicht nur zwischen dem Prequel und der Game of Thrones Serie, sondern auch innerhalb der Serie. Und ich denke, das wird auch später, wenn wir auf den zehn Episodigen Story Arc zurückgucken, wird uns da noch viel mehr auffallen. Aber hier haben wir zum Beispiel was, es geht ja generell um Etablierungen von einer bestimmten Welt und die Welt ist eine Welt voller Gewalt und eben dieses Fressen oder Gefressenwerden. Das ist zum einen die Entscheidung, was ist hier wichtiger, der Partner, der Ehepartner oder aber das Kind, es ist das Kind, natürlich. Dafür wird die Mutter geopfert. Ja, eben, aber das, genau, und ich finde, dieser Thematik durch diesen Umschnitt wird dem, also vielleicht sagst du jetzt genau das Gegenteil, aber ich finde, dem wird dadurch an Kraft geraubt. Ich finde halt, es ist halt, also so gewalttätig, also das Problem ist, eine Geburt ist ja in dem Sinne nicht gewalttätig. Die Entscheidung, die der König hier trifft, hat eine gewisse Grausamkeit, aber auch die kann man natürlich wieder diskutieren, man will ja das Kind retten, etc. Aber es wird ja immer wieder betont, auch auf der Tribüne von der Königin, die ja nie Königin war und ihrem Mann, ja, diese ganzen Ritter, die hier rumstehen, das sind ja alles Ritter, die haben ja nie Krieg gesehen, das sind ja voll die Weicheier und so weiter. Und im nächsten Schritt wird dann plötzlich aber etabliert, dafür, dass sie vermeintliche Weicheier sind, sind sie aber auch ganz schön skrupellos und gewalttätig. Und dieses Thema der Gewalt, dass das parallel geschnitten wird mit der Geburt, finde ich hier so großartig, weil das im Grunde bedeutet, dass dieses Kind, das jetzt kommt, also der Thronerbe, wird durch Gewalt in eine gewaltvolle Welt reingeboren. Und das wird durch diese Gewalt, die man in diesem Turnier sieht, finde ich, einfach noch ganz deutlich unterstrichen, plus, und es kann sein, dass das eben überinterpretiert ist, aber du hast ja mehrfach gesagt, wir sehen ja dieses, ja, Stadion oder was das ist, wo die sehr drinnen sitzen, von oben mehrfach, wo dieses Turnier stattfindet. Und das hat ja so eine komische, ovale Form. Und ging das jetzt nur mir so? Oha! Sieht absolut aus wie eine stilisierte Vagina. Oha, du hast recht. Absolut. Also und zwar mehrfach, das ist mir mehrfach aufgefallen, ich dachte, so oft wie diese, also weil diese, diese Einblende ist halt so oft gekommen, dass ich dachte, man muss schon blind sein, wenn man diese Parallele hat zur Geburt und dieses Gewalttätige, das da in, da in, quasi in dieser Vagina stattfindet. Also man muss schon blind sein, um dieses Fruchtbarkeitssymbol nicht zu verstehen. Und ich mag überinterpretiert sein, aber das war was, wo ich dachte, das ist bestimmt Absicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Absicht ist von den Serienmachern. Du, 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 du rettest mir gerade so ein bisschen die, die Szene, wenn ich ehrlich bin. Ne, ich war die ganze Zeit, ich fand, also diese Szene, auch wie sie gespielt war, also die, äh, hat, die was, also das Ganze war sehr, auf der einen Seite so unangenehm und so, und ich war immer so, oh, es reißt mich jetzt raus, dass jetzt wieder dieses, dann dieses Turnier wieder und dann, aber du hast gesagt, okay, wenn, wenn man das so sieht, ist das natürlich nur, also da ergibt das jetzt, ergibt das ein besseres Bild, als wie ich es in dem Moment gesehen habe, weil ich denke, oh, jetzt macht ihr euch das wieder oder jetzt entkräftet oder jetzt raubt ihr dem da wieder an, an, an Inszenierungskraft. Also, dass der Erzählstrang unterbrochen wurde, hat mich gehört. Richtig, genau, ja. Die Frage ist natürlich dann, wenn wir das Ergebnis sehen und ich greife jetzt hier einmal vorweg, später, dass das Kind, das Kind stirbt ja dann, das hat ja nur irgendwie neun Stunden oder was gelebt oder nur ein paar Stunden gelebt und dann bleibt natürlich die Frage, ist ein Kind, das in diese Welt und in diese Regeln reingeboren wird und das aber keine Chance hat, in dieser, äh, in diesem Wertesystem, in dieser Welt zu überleben, ist diese Welt dann überhaupt überlebensfähig? Mhm. Als große, überinterpretierende Frage. Aber es ist, nein, äh, ich muss sagen, das ergibt sich auch so ein bisschen, äh, aus den Bildern beziehungsweise auch eben aus der, aus der Abfolge, wie es letztendlich dann auch dann zu dem, also, der Zuschauer wird ja erst mal aus der Szene entlassen, von wegen, das Kind wurde gerettet oder die, 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 die Frau ist gestorben und das Kind wurde gerettet und dann. Und es ist ein Sohn, das vor allem. Ja, richtig, ja, ja. Bailon, ne? Bailon, genau. Und ich dachte übrigens auch kurz, wir kriegen vielleicht so eine Switcheru-Geschichte nach dem Motto, das ist eigentlich gar kein Sohn, aber es wird einfach behauptet, das ist ein Sohn, das Kind wird getauscht oder irgend so. Ich dachte, mit irgendwas habe ich gerechnet, aber nicht mit dem Tod. Das war so gut. Könnte, könnte man, könnte man, äh, durchaus annehmen bei den Targaryen. Ja. Aber, äh, ich, ich fand, also ich, ich fand die ganze Sequenz tatsächlich großartig. Also, ich habe ja, äh, vorhin gesagt, zynisch, aber das genau ist ja das Großartige daran. Dass Miguel Sapochnik hier so eine Gegenüberstellung walten lässt. Ähm, vor allem könnte man halt auch sagen, das Leben des einen wird beendet und das andere beginnt. Und beides passiert aber durch Gewalt. Ähm, und, äh, nee, also fand ich, fand ich, äh, auch fantastisch gefilmt, wie ich finde. Und, äh, auch die, die, ja, also das, die, die Szene mit, äh, wo die da halt dann wirklich verblutet, auf Deutsch gesagt, das, es hat mich schon mitgenommen. Und, äh, da muss ich auch sagen, da wird auch hier, äh, Viseres durchaus auch jetzt nicht als völlig gefühlskalt gezeigt, sondern man merkt eigentlich das. Und dann, dann, dann habe ich auch so überlegt, was muss das für ein Gefühl sein? Deine Frau ist gerade vor dir gestorben und du kriegst das neugeborene Kind in die Arme gelegt. Also diese Mischung aus Trauer und Freude darüber, dass es überlebt und gesund, zumindest in Anführungsstrichen gesund auf die Welt gekommen ist, das, also die, die, diesen Gefühlscocktail, den kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Hm. Übrigens, äh, eine weitere Symbolik, auch hier wieder, Damon wird hier im Turnier geschlagen und der neue Erbe ist geboren. Mhm. Auch das natürlich sehr interessant hier als kleiner Aspekt, äh, auch wenn am Ende dann natürlich, wie gesagt, der Erbe stirbt. Genau, es ist, es ist kurz geboren, ähm, denn in der nächsten Szene, und ich springe jetzt mal weiter, äh, in Blick auf die Zeit, sehen wir dann die Beerdigung, die erst so ein bisschen getrickst war, weil man sieht dann eben so einen, äh, einen Scheiterhaufen oder, ja genau, auf der sie, ähm, auf der, ähm, auf der, wer hieß sie, Emma, glaube ich? Emma, Emma. Genau, äh, verbrannt werden soll und dann sieht man es halt erst, erst aus der einen Perspektive und dann, das fand ich fast schon so ein bisschen morbide, dann schwingt die Kamera oder dann sieht man es aus der anderen Perspektive, guck mal, da ist noch, da ist noch der Kleine. Und dann war, hm, okay, ähm, aber jedenfalls hört man dann in dieser Szene auch etwas, was vielleicht dem einen oder anderen Game of Thrones, wenn so ein bisschen Gänsehaut über die, über die Arme, äh, wandern lässt, nämlich Dracarys. Äh, woraufhin der Drache, ja, das Feuer entzündet. Charaxis, ja. Also ist er, ist er, glaube ich, der Drache von, äh, Rhaenyra, ne? Äh, äh, was ich da, äh, ein ganz amüsantes Detail fand, äh, das sieht man hier auch schon und dann in der zweiten Folge kommt's ja dann noch deutlich heraus, äh, da ist ein Sattel drauf, ne, auf dem Drachen. Ja, das ist normalerweise nicht so, oder? Äh, also wir kennen's jetzt so nicht aus Game of Thrones, aber, äh, hier gibt's ja deutlich mehr Drachen und die gönnen ja, ja, die gönnen eigentlich schon fest mit zum Stadtbild, also das hat man ja auch gesehen, als sie da am Anfang, äh, den Anflug macht über King's Landing, dass da die Bevölkerung gar nicht mal großartig drauf reagiert, weil das gar nichts Ungewöhnliches für die ist. Und sagen wir mal so, das war dann auch, äh, auch unter dem Gesichtspunkt, dass es hier, äh, auch Mighessa Potchnik als Regisseur ist, äh, das ist halt der genaue Kontrast zu dem, was man am Ende von Game of Thrones sieht, sagen wir's mal so. Okay. Übrigens fand ich hier auch interessant, dass Rhaenyra es ja ist, die dem Drachen den Befehl gibt, dann Feuer zu spucken, damit er eben diesen Scheiterhaufen anzündet. Aber es scheint offensichtlich eigentlich gar nicht ihre Aufgabe zu sein, sondern ihr Vater oder wer auch immer das dann machen sollte, ist so überwältigt von Trauer, dass er das nicht hinbekommt, da jetzt zu sprechen oder so. Also so hab ich das verstanden, ich weiß jetzt nicht genau. Nö, nö, das fand ich auch eine schöne Nuance. Ja, genau, dass sie da eben, ähm, die Zügel wörtlich, wortwörtlich in die Hand genommen hat, ja. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem letzten Gedankenabschnitt, den ich noch für diese Folge, äh, äh, parat hatte. Und ich hab ihn einfach getürtet auf, wer wird jetzt das Erbe, beziehungsweise, wer übernimmt dann irgendwann das Erbe? Jetzt hat er ja Viserys all seine Hoffnungen in den Sohn gesetzt, der nun auch mit seiner Frau verstorben ist. Und jetzt die nächsten, es sind verschiedene Szenen. Es ist unter anderem ein Gespräch nochmal mit Otto Hightower, also, beziehungsweise es gibt nochmal kleine Ratssitzungen, wo das auch nochmal thematisiert wird. Beziehungsweise Otto spricht ihn ja da auch sehr unverhohlen drauf an. Und man kann sich aber auch fragen, warum? Denn Damon ist der Erbe und er ist auch immer noch der Erbe. Der Sohn ist weder neu eingeschworen worden, noch sonst irgendwas in der Zeit, in der er am Leben war. Also diese Diskussion, dass es überhaupt einen neuen Erben braucht, warum haben wir die? Das könnte man sich auch fragen, finde ich. Weil, weil der... Weil jeder die Macht haben möchte. Ne, weil Viserys seinen Bruder für völlig ungeeignet hält. Das hat mich tatsächlich auch sehr an... Ich musste da sehr an hier Gladiator denken, wo auch der amtierende Cäsar stirbt und dann der auf keinen Fall seinen Sohn Kommodus auf dem Thron sehen will. Und deshalb dann erstmal hier Russell Crowe die Dirigentschaft über Rom überantworten möchte. Was dann ja ordentlich nach hinten losgeht. Ja, Spoiler für Gladiator. Aber, naja, ich meine, warum muss ein Erbe gefunden werden halt, um die Thronfolge zu sichern, um die Erbfolge zu sichern. Ja, das ist rhythmisch und klar. Aber warum es nicht Dämon ist, weil er... Bleiben kann. Also er wäre es ja. Es ist die Familie. Und er ist ja jetzt auch schon seit einiger Zeit Erbe. Also es ist ja nicht so, als käme das jetzt irgendwie von heute auf morgen. Die Frage ist, warum muss man am Status Quo was ändern? Es hat ja jahrzehntelang gut funktioniert. Wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, dass der König im Grunde ja die ganze Zeit nur auf einen männlichen Erben gewartet hat. Das ist ja auch dieser bittere Satz, den dann die Tochter sagt. Ich hoffe, die neun Stunden, die mein Bruder am Leben war, waren die schönsten Stunden im Leben meines Vaters. Das denn da war, endlich sein Traum erfüllt. Und ich dachte, wow, also das war schon ein sehr harsches Zitat, wo ich dachte, okay. Und ja, aber offensichtlich scheint es ja da Problematiken zu geben. Und meine Frage ist aber auch, die Tatsache, dass der König meint, dass sein Bruder vielleicht nicht der Königsgeschichte gewachsen ist, ist es vielleicht nicht auch einfach Gift, dass ihm von seinen Beratern im kleinen Rat ins Ohr geträufelt wird? Man hat ja immer das Gefühl, weil steht da Tropfen, hüllt den Stein, dass da von allen Seiten kommt, Damon ist nicht geeignet, Damon ist zu grausam, Damon ist zu was auch immer. Ja, von Corlis nicht. Ich glaube, Corlis hat sich sogar, also für Damon gestimmt, wenn ich mich, wenn ich das jetzt, zumindest steht es so in meinen Notizen. Aber ausschlaggebend ist hier halt vor allem Otto Hightower, der schon, das wird ja auch schon sehr, sehr früh in der Folge klar, dass der auch einen persönlichen Zwist hat mit, mit Damon. Und das ist dann aus den Büchern eigentlich, weil der ist ja mit seiner, also der ist ja die Hand des Königs und der hat auch schon unter Jehaerys Targaryen als Hand des Königs gedient. Und dadurch ist dann natürlich auch seine Tochter Alicent mit in die Hauptstadt gekommen. Und es ist zwar nie so richtig verifiziert innerhalb der Geschichtsschreibung, aber es geht das Gerücht, dass Damon anscheinend Alicent entjungfert haben soll. Und seitdem hegt wahrscheinlich Otto Hightower einen Riesengroll gegen denjenigen, also gegen Damon und, naja, ich meine, der stellt ja ständig unter Beweis, dass er denkbar ungeeignet ist für irgendeine Position. Man muss bedenken, die haben ihm ja schon alle möglichen gegeben. Der war Meister der Münze, der war jetzt Lordkommandant der Stadtwache, es hat alles nicht funktioniert und das krönt er dann noch mit seiner. Aber er hat doch, die Goldröcke hat er revolutioniert, er hat, die gehorchen ihm aufs Wort, sie sind loyal und treu. Das passiert ja auch nicht, wenn du nur grausam bist. Also vielleicht ist da auch immer eine Perspektive die Frage. Aber natürlich, dass Otto Hightower da was Größeres an oder vielleicht was anderes anstrebt, das für dich sieht man ja, es gibt ja auch noch eine kurze Szene zwischen ihm und seiner Tochter, wo er, also, war es so richtig schmierig, ja, du kannst ihm ja mal einen Besuch abstatten, so nachdem er die Vorlesung und dann auch noch mit diesem Satz. Ja, du kannst ja das Kleid deiner Mutter tragen. Und das war so ein... Und ich dachte so, wow, der Prostituiert seine Tochter gerade, es ist so krass. Aber seine Tochter offensichtlich ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen, weiß genau, was sie tut. Ja, wir kommen dann nämlich noch zu einem, zu einem weiteren Eklat, woraufhin, ach nee, diesmal kein kleiner Rat einberufen wird, sondern Viserys bestellt seinen Bruder persönlich in den Thronsaal und stellt ihn dort zur Rede, weil dann hat man wieder eine Bordellszene und wo er... Er hat eigentlich schon seine Thronbesteigung feiert und unter den Huren und allen möglichen, mit denen sich seine Männer da wahrscheinlich verköstigen, dann anstößt auf seinen Bruder oder nicht auf seinen Bruder, sondern auf seinen Neffen, genau, auf seinen Neffen, den Erben für einen Tag. Und das tragen dann Otto Hightower und der kleine Rat an Viserys heran. Und der ist eigentlich noch völlig zerschlagen von der Trauer um seine Frau und natürlich auch um das Kind und ja, den platzt dann jetzt endgültig der Kragen, was seinen Bruder angeht, ne? Ich wollte gerade sagen, das führt im Endeffekt ja dazu, dass eben Damon die Stellung als Thronerbe verliert und er seine Tochter wählt. Richtig, genau. Wir sehen dann, wie er quasi, ja, also wie Viserys, Damon, richtig genau, auffordert, die Stadt zu verlassen und so weiter. Ich fand, da war auch wieder das Schauspiel sehr stark von ihm. Das war eine richtig starke Szene. Also ich fand das auch von der Inszenierung einfach toll, wie Paddy Considine da auf diesem Thron sitzt und der dann vor ihm, vor allem das Schöne ist, das Schöne ist, dass Damon Targaryen hier nicht passend zum Namen, eben nicht passend zum Namen dämonisiert wird, weil man kann auch irgendwo dessen Haltung verstehen. Also von wegen, äh, ich, ich sitze hier seit Jahren und bin eigentlich, das muss man ja auch sagen, Damon Targaryen hat halt den Nachteil, er ist ein Zweitgeborener. Äh, und Zweitgeborene erhalten eigentlich so gut wie nie die Möglichkeit, ihr Erbschaftsrecht in Anspruch zu nehmen. Deshalb ziehen ja auch mehr, also es gibt ja in, äh, in Game of Thrones gibt es die Söldnertruppe, die Zweitgeborenen. Genau, da gehen alle möglichen, äh, Ausgestoßenen oder eben Zweitgeborenen hin, um da, äh, äh, sich als Söldner zu verdienen. Und das wäre dann wahrscheinlich auch eine Zukunft für ihn, aber man, man kann das irgendwo auch schon verstehen, dass der sich halt irgendwie verstoßen und auch missverstanden fühlt von seinem Bruder. Er sagt dann ja auch, ja, äh, in all den Jahren, du hast mich nie zu deiner Hand gemacht. Und, äh, er sagt dann ja auf der anderen Seite auch, äh, ich könnte dich ja beschützen und dann fragt ja, äh, Viserys ja wovor denn? Ja, vor dir selbst. Und da hat er ja nicht ganz Unrecht wegen der Figuren in seinem Rad, ne? Ja, aber er sagt ja nicht nur, ich könnte dich beschützen, sondern ich beschütze dich. Im Gegensatz zu allen anderen, die du um dich herum schaust, bin ich derjenige, der loyal zu dir ist, obwohl wir uns nicht verstehen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber das ist sehr typisch für Game of Thrones. Ja, das ist halt aber auch das Nette an der Figur, dass du eben eine Figur hast, die eben nicht nur schwarz oder weiß ist. Das gefällt mir an Dame eben auch so gut. Man kann ihn nicht verteufeln, weil es gibt auch Aspekte, wo ich sage, ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist, das ist, das ist eben eine der ganz großen Stärken von Game of Thrones. Es ist eigentlich, also vor allem in der Hauptserie, nahezu alle Figuren bis auf ein, zwei, drei, die wirklich so schwarze Punkte sind, sage ich mal, und einfach nur die Welt brennen sehen wollen. Alle Charaktere sind eigentlich grau. Und selbst, selbst bei den Figuren, die etwas Grausames tun, kannst du es trotzdem aus deren Perspektive irgendwo, also nicht, nicht immer hundertprozentig nachvollziehen, aber du, du, du hast ein gewisses Verständnis dafür zumindest, beziehungsweise es, es macht Sinn, warum diese Figuren so handeln und sie machen nicht jetzt einfach nur, weil sie jetzt böse sind, sondern weil sie letzten Endes, äh, ja, eben ihren Überzeugungen folgen. Und natürlich auch, äh, Familie geht über alles, das kommt ja in dieser Szene auch nochmal durch, wo, äh, Demen sagt, dass, äh, du hättest mich allein schon zu deiner Hand machen sollen oder auf jeden Fall zu deinem, deinem Getreuesten, weil ich bin dein Bruder und Blut ist dicker als Wasser halt, ne? Aber was man ja bei, was man bei Game of Thrones hatte, war ja, dass sich Figuren auch über Staffeln hinweg entwickelt haben und auch viele, die in der ersten Staffel jetzt, die man noch ganz klar vielleicht eher dem, dem Schwarz, jetzt wenn das Schwarz das Böse ist, zugeordnet hätte, ja auch über die Staffeln eine Entwicklung hinlegen, wo man sich am Ende denkt, äh, krass, wie, wie hat er sich entwickelt? Das ist jetzt interessant zu beobachten natürlich, wie das hier jetzt auch mit, aufgrund von Zeitsprüngen und so weiter funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass man da so einen emotionalen Impact entwickeln kann, wie bei Game of Thrones. Also, wie bei manchen Charakteren von Game of Thrones. Nee, obwohl ich muss es zugeben, also wie Daemon Targaryen hier bislang gezeichnet wird, erinnert auch sehr an Jaime Lannister. Sie können natürlich hier nicht so eine Entwicklung hinlegen, ne? Ja. Ja, okay. Wie kommt es zum Ende quasi dieser Episode, äh, Daemon reitet da auf seinem Drachen weg, das greife ich jetzt mal vorweg, das ist eigentlich die letzte Szene, aber wir sehen eigentlich nochmal ein Gespräch zwischen Viserys und Rhaenyra an einem Schädel, äh, an einem Drachenschädel, den wir auch schon sehr gut aus Game of Thrones kennen. Und das ist nicht nur irgendeiner, ne? Das muss man sagen. Genau. Es ist Valerion, der schwarze Schrecken. Ja, und der ist ja wirklich gigantisch. Ja, und da dachte ich, vielleicht ist das der Drecken aus House of the Dragon. Das ist der. Ja, wer weiß. Ja, das ist ja, es ist ja der, der mit Abstand größte Drache, glaube ich, seiner Zeit gewesen. Der ist ja auch uralt geworden und der stammt ja wirklich aus Old Valyria. Ich glaube, der ist über 200 Jahre alt geworden und der ist ja wirklich, also der Kopf, der ist ja groß wie ein Haus, ne? Das war ja auch was zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl gehabt, nachdem Brocken, die mir da so vorgeworfen werden, wurden aus der Historie hier und da, ohne das Vorwissen zu haben. Also Valyria ist ja wohl das alte Königreich oder das alte Reich, also ein, das untergegangen ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt also immer versuchen, diesem Ideal hinterher zu rennen. Also sie möchten wieder ein zweites Valyria erschaffen. Also das ist ja so dieser Traum, habe ich das Gefühl, dem auch hinterhergejagt wird die ganze Zeit. Und das ist der eine Aspekt und das, was ich auch noch interessant fand, war, Thema Religion. Also gibt es sowas? Beziehungsweise wir haben hier diesen Drachenschädel, der ja umgeben ist von lauter Kerzen und so weiter. Es hat schon Altar-ähnliche Züge und da ist meine Frage auch, gibt es einen Gott? Glauben Sie an Drachen? Gibt es einen Drachengott? Also gibt es sowas? Bei dem Drachen ist es mehr die Verehrung des Drachen an sich. Und es gibt aber eine Religion? Es gibt im Grunde genommen eigentlich zwei. Es ist ja, ich weiß nicht, ist hier in der Folge auch schon die Rede von den alten Göttern und den neuen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Okay, weil, also das, es gibt halt die alten Götter, die aber mittlerweile nicht mehr so verehrt werden und es gibt halt den neuen Glauben an die sieben. Der ist hier aber auch noch nicht so präsent, weil im Thronsaal hängt halt noch kein siebenzackiger Stern. Was ich jetzt hier noch schön finde, wir haben, du hast es gesagt, prominent eben noch die Szene zwischen Prinzessin Rhaenyra und ihrem Vater und da kam etwas, wo ich dachte, oh, oh, das habe ich schon mal gehört. Und zwar, also natürlich erstmal die grundsätzliche Entscheidung, dass er seine Tochter zum Erben macht oder zur Erbin in dem Fall. Was ja schon mal eigentlich voll der Dick-Move ist, wenn man sich überlegt, dass ja die Königin, die niemals Königin sein durfte, übergangen wurde, weil sie Frau ist. Also an ihrer Stelle, wer hätte ich so einen Hals? Ja, das hat sie ja auch. Erstmal das, genau. Und auf jeden Fall ist jetzt, also er macht seine Tochter zur Thronerbe, die das ja auch akzeptiert und dann kommen so ein paar Sachen in diesem Gespräch, die ich sehr schön fand. Zum einen sagte er ganz klar, der Iron Throne, also beziehungsweise der Thron, ist der gefährlichste Platz in der Welt und das muss dir bewusst sein. Wenn du Thronerbe bist, dann bist du immer, also dem Tode quasi dauernd ausgesetzt. Das muss dir bewusst sein, das ist das eine. Und dann aber auch diese, ja, ist das ein Mythos oder eine Vorhersage, die er erzählt eben, dass, und da müsst ihr mir jetzt nochmal helfen, also ich kriege das nicht mehr so richtig zusammen, aber eben, dass Winter kommt. Also Winter is coming. Ja, ja, sicher. Und ich so, ich kenne es, ja, ich wusste schon mal, da gab jetzt irgendwie alles, da gab es Sinn. Das mussten sie auch hier drin haben. Ja, genau, und da dachte ich so, ach, das bedeutet Winter is coming. Also es war ja dann, ja. Sogar, genau, es wird von einem großen Winter gesprochen, in dem alle Lebenden zusammenkommen müssen. Und ich hatte gefühlt, das war, richtig, ich hab gefühlt, das war aber schon ein bisschen Fanservice, oder war das damals schon so richtig, hatten die das schon so richtig auf dem Schirm? Und dann sagt er ja auch noch was, dann sagt er es Song of Ice and Fire. Ja, natürlich, ja. Das war vielleicht ein bisschen, ein bisschen forciert. Wo ich mich nämlich so, wenn ich mich an die allerletzte Folge von Game of Thrones erinnere, ist sich Song of Ice and Fire, das nur weil Samuel Tarly diesem, diesem Eintrag oder diesem Kapitel da, äh, das Song of Ice and Fire. Diesem Mäster, diesen, diesen, diesen Titel vorgeschlagen hat. Richtig, genau. Weil der poetischer klingt. Richtig, da hatte ich das Gefühl, so, das, das war eigentlich mehr so was für die Fans, oder um halt nochmal unweigerlich zu zeigen, hier, wir gehören zu Game of Thrones. Aber es war trotzdem ein schönes Foreshadowing. Ja, ich, ich fand es vor allem auch ein schönes Motiv, äh, dass Viserys hier die, die Einheit des Reiches, äh, gegen den nahenden Winter, äh, beschwört. Weil, äh, das ist etwas, was Tywin Lannister dann auch in der, in der, äh, Hauptserie tut. Der mag dann zwar grausam sein und alles Mögliche, der ist ja praktisch der Pate von Westeros, Tywin Lannister. Eine der großartigsten Figuren dieser ganzen Welt, wie ich finde. Klasse gespielt von Charles Dance. Ähm, aber der, der hat das ja auch schon so vorangetrieben, dass man verschiedene Häuser zurück in den Schoß und, äh, an die Krone bindet, damit man, äh, gemeinsam gerüstet ist gegen die große Bedrohung aus dem Norden, die hier natürlich noch sehr diffus ist und generell im Süden auch als recht diffus wahrgenommen wird. Wir sind hier ja nicht, äh, bei den Starks, die ja hier, äh, das kann man ja ganz kurz sagen, ich, doch, ein Stark tritt auf, ne Ricker, ein Stark blau. Ja, stimmt, wir sehen, wie er irgendeinen Starks immer macht. Im Rat, genau, ja. Genau, der und auch ein Baratheon, die, äh, schwören dann ja, also die knien ja nie davor, äh, Prinzessin Rhaenyra und, äh, schwören sich auch so ein. Ja, richtig, genau, das ist dann quasi das Letzte, wo Rhaenyra zur Erbin ernannt war. Schön hier, oder auch ein Detail, dass hier Klaviermusik anklingt. Und, ja, ja, Dom und ich zumindest, wir wissen ja, also immer wenn Klaviermusik anklingt, ist natürlich was Besonderes in Game of Thrones, denn wir erinnern uns an so ein paar, also es gab wirklich wenige Szenen in Game of Thrones, wo so eine reine Klaviermusik, äh, angeklungen ist. Und die gehören zu den Momenten aus der Serie. Und die sind, äh, in allen Fällen immer, also die, die Folgen, wo Rami Javadi dann zum Klavier greift, die sind immer von, äh, Mige Sapochnik inszeniert. Allen voran hat Light of the Seven, ne? Ja, ja. Ich wollte nur sagen, mir hat ganz gut gefallen, wenn man ja jetzt dieses kurze Stück am Anfang rausnimmt, wo einfach kurz etabliert wird, wo wir sind und wann wir sind, wenn man sich die eigentliche Folge anguckt, nämlich, wie beginnt die Folge und wie endet die Folge. Wir beginnen mit einem Drachenflug und wir enden mit einem Drachenflug. Und wir beginnen mit dem Drachenflug der neuen Erbin und wir enden mit dem Drachenflug des alten Erbin. Es ist schon sehr interessant. Schön gemacht, schöner Rahmen. Das stimmt. Ja, sehr schön. Ein letzter Punkt, der mir dann noch aufgefallen ist, ist, wir werden hier nicht mit so einem Punch hinterlassen wie am Ende der ersten Folge von Game of Thrones. Ja, das stimmt. Natürlich ist es hier auch, es sind wahnsinnig viele Punkte offen, ja, es sind wahnsinnig viele, und die Konflikte, die, die fangen ja auch gerade erst an zu brennen, um mal im Genre umgehen. Jetzt bin ich neugierig, ich hab ja die erste Folge nie zu Ende gekriegt. Guckst die zu Ende, danach guckst du weiter, jede Wette. Ja, übrigens, ich hatte ein ähnliches Problem. Ich weiß nicht, wollt ihr ein kurzes Fazit? Genau, ja, würde ich sagen, wir kommen jetzt zu einem Fazit. Ich fange nur kurz an und sage, ich war unterhalten genug, damit ich weitergeguckt habe, aber nach 20 Minuten war ich so gelangweilt von der ganzen Geschichte, dass ich wirklich so kurz davor war abzuschalten und hätte ich nicht weitergucken müssen für den Recap heute, ich hätte ausgeschaltet. Also nach 15 Minuten habe ich gedacht, da passiert gar nichts. Das ist so langweilig. Und wenn es nur Gespräche und Manipulation die ganze Zeit ist, ist es so langweilig. Und in Minute, das war Minute 15. In Minute 20 war es immer noch langweilig, wo ich dachte, wenn ich innerhalb der nächsten 10 Minuten was passiert, dann so. In Minute 34, es hat bis 34 gedauert, das Ding ging eine Stunde sechs. In Minute 34 kam dann diese ganze Geschichte mit dem Turnier und der Schwangerschaft, der Mutter und der Geburt und da fing es dann an, dezent spannend zu werden. Und ab dann ging es. Aber die erste Hälfte fand ich wirklich langweilig. Und es tut mir leid. Ja. Und das ist auch das Problem, das ich mit dem Original-Gebauer-Thrones hatte, dass immer, also mir ist schon klar, dass ein bisschen, es müssen Sachen etabliert werden am Anfang. Deswegen muss man dem Ganzen schon ein, zwei, drei Folgen eine Chance geben, bevor dann vielleicht die Handlung auch anzieht. Aber manchmal habe ich die Geduld nicht. Und in diesem Fall bin ich ganz froh, dass ich dran geblieben bin. Aber es war ein Überwinden. Ich glaube, dass du hier tatsächlich mehr, in Anführungszeichen, entlohnt wirst, als bei Game of Thrones. Also bei Game of Thrones sind ja noch so viele, da gibt es ja, also hier ist es ja wenigstens nur, in Anführungszeichen, eine Familie. Wir haben eine Familie. Das ist sehr geradlinig. Ein Handlungsstrang. Und wir haben zwar, also ich fand es auch, ich muss, ich habe für meine Notizen hier für das Recap sehr lange gebraucht. Und ich fand es auch, es war für mich auch, als jemand, der die Serie eben gesehen hat, schon viel Input. Und ich finde, hier passiert auch schon so viel. Und das kann ich voll verstehen, Britt-Marie, wenn man so in die Welt so reinschaut. Und ja, ich weiß auch nicht, ob es mich jetzt tatsächlich, ob es mich so bei der Stange gehalten hätte, hätte ich nicht mir die Notizen, hätte ich nicht so das alles noch von Game of Thrones oder so im Hinterkopf. Ich glaube, dass sie auch für, also für solche, für komplette Neuensteiger ist diese Serie ja auch am Anfang wahrscheinlich eine Herausforderung, auch wenn sie, zumindest denke ich das im Anbetracht der zehn Episoden, vielleicht schneller zur Sache kommt und schneller richtig zur Sache kommt, wie die Mutterserie. Ja, das in jedem Fall. Das, also das Pacing ist ja eigentlich ziemlich straff und klar. Natürlich ist das hier eine Pilot-Episode, eine Expositions-Episode, eine große Einführung. Aber ich muss sagen, für mich hat sich das ausgesprochen kurzweilig eigentlich angefühlt. Ich hatte natürlich auch viele vertraute Elemente, aber gewisse Sachen kenne ich halt auch nur irgendwie aus diversen Wiki-Artikeln oder halt irgendwelchen Anhängen von George R. R. Martin in den Büchern, die ja eh nicht mehr fertig geschrieben werden. Ähm, und, äh, ja, also, sonst hänge ich jetzt einfach mein Fazit dran. Also, ich fand es, ich fand es einen sehr soliden Auftakt. Es ist halt eine, ja, typische Pilotfolge. Ähm, das hat mich aber gar nicht weiter gestört. Mir gefällt die Besetzung, mir gefällt vor allem der Look. Sie schaffen es nämlich wirklich, ähm, optisch an Game of Thrones anzuschließen und sich trotzdem weiterzuentwickeln. Das Ganze ist ja auch in so einem gewissen Widescreen-Format jetzt. Und, äh, ich muss sagen, ich bin sehr neidisch auf die Leute, die diese Folge im Kino erleben konnten, weil visuell gibt es das wirklich her. Äh, vor allem die Drachen sind großartig animiert, wie man's eigentlich schon gewohnt ist. Also, für dich, Britt-Marie, war das wahrscheinlich wirklich so ein Augenöffner, wie gut so ein Drache in der TV-Serie ja aussehen kann. Ähm, für uns, äh, bei Game of Thrones ist das ja fast so, ja, Gewohnheit, könnte man sagen. Aber, äh, nee, großartig. Auch von der, von der Regie schöner Einfälle hast du auch nochmal schön rausgearbeitet, Britt-Marie. Ähm, und, äh, nee, also, ich, ich bin gespannt und, äh, nö, also, gerade übers Tempo kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Der Einstieg war, wie gesagt, so ein bisschen ungelenk, aber danach, äh, war ich eigentlich sehr zufrieden und freue mich jetzt sehr, ja, auf die kommenden Wochen. Hm. Ja, Produktionsniveau ist unglaublich hoch. Da kannst du dich echt nicht beschweren. Es ist rein optisch, es ist schon großartig. Ich möchte ja auch nochmal kurzer Shoutout an, äh, ich glaube, die Kostümdesignerin, glaube ich, ist es. Ähm, das ist die von Harry Potter. Jamie, Jamie Timine, kann das sein? Hm, genau. Hat mir super toll gefallen. Also, ich bin ja, ich hab so ein, äh, so ein, wie sagt man, eine weak spot, also, ich hab so ein, ein Fable für Kostüm und Kostümdesign und das hat mir hier wieder sehr, sehr gut gefallen. Also, ganz toll, ja. Ich fand's auch, als jemand, der immer auf uns geschaut hat, war's erstmal viel Input, äh, und, ja, dieses einige Metzl da, das, das hätte ich nicht gebraucht. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie's ausgesehen hat, aber das ist jetzt auch fürchterlich zusammengeknappt. Ich sag aber jetzt, danke an euch fürs Dabeisein. Wenn euch diese Besprechung, äh, gefallen hat, äh, dann hinterlasst doch gern eine positive Bewertung auf den bekannten Podcasts oder Videoportalen oder auch gerne fünf Stelle bei Spotify oder so, das würde uns sehr freuen. Wir sind, wie gesagt, auch sehr offen für euer Feedback. Schreibt uns gerne bei YouTube in die Kommentare oder an info at tele-stammtisch.de. Wir werden euren Meinungen und euren Input, äh, auch gerne mal in den, äh, kommenden Ausgaben teilen. Bis dahin bedanke ich mich bei Dom und auch bei Britt-Marie. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, äh, und ich sag jetzt schon mal, bis zur nächsten Woche. Ciao. Vala Morgulis. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.